Holy shit, dude. Äh, hast du... Die Items sind bei uns nämlich auch randomized. Hast du die Items auch randomized, buddy? Oder sind Items bei dir normal? Damn, son, where'd you find this? Achso, wir sind übrigens auch ziemlich am Anfang, also... Moin, dachte, melde mich auch nochmal, war länger nicht am Start wegen Arbeiten. Was geht, Bro? Wie ist's jetzt ausgegangen mit No-Copyright-Music und wann kommt nochmal Teufel und Schlau? Kuss, Bebel. Äh, Bro, Teufel den Schlau, ich kann mir eigentlich schon mal wieder machen die Tage, ja. Ähm, ja, Copyright, also man darf immer noch keine Songs finden, die einem nicht gehören, so obvious. Aber es machen halt immer noch Leute. Okay, Freunde, wir sind noch nicht in der ersten Arena gewesen. Äh, Stand jetzt ist gerade... Wir haben einmal Camelot. Camelot ist unser Main-Pokémon. Ähm, Chat meinte, der ist wohl ziemlich gut, weil wir haben jetzt auch so eine Drachen-Attacke bekommen, die alles One-Shotted. Ziemlich fucking Pog. Dann haben wir Reese letztes Mal gefangen. Das ist ein Raichu. Und wir haben Twitter. Das sind unsere Pokémon gerade. Äh, ja. Oh, Titel, true. Danke, Buddy. Okay. Alright. Vielen Dank, man, Bro. Kein Glumanda, Pepe Love? Hm, ja. Ich sag mal, Glumanda ist uns leider durch die Lappen gegangen beim letzten Mal. Woops. Ah, Bro. Wir haben keine... Wir haben nicht genug Poké-Bälle gehabt für Glumanda. Wir hätten den Glumanda fangen können, Jungs. Feels fucking bad, man, Bro. Darum wurde es aber nur am Anfang insane. Zieht immer 40 KP. Äh, ja, weiß ich. Aber ich glaube, für jetzt ist es ziemlich gut. Wir können halt gerade alles One-Shotten. Okay, Freunde. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Geld wir gerade haben. Schau mal hier kurz im Shop, wie viel Money wir gerade haben. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ein paar Trainer-Fights machen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie man unlimited Money grinden kann? Weil wir haben halt wirklich kein Geld. Und wir brauchen halt Poké-Bälle. Und wenn wir halt das erste Pokémon auf einer neuen Route finden und keine Poké-Bälle haben, sind wir gebumst. Ah, wir müssen in die Trainerschule gehen, richtig. Okay, wir haben jetzt erstmal einen Fight, Jungs. Das ist ganz nice, glaube ich. Dann kriegen wir erstmal ein bisschen Dings. War die Schule hier? War das die Schule? Ich dachte, wenn man 50 Monate subscribt, bekommt man das Geld für die ausgegebenen Subs zurück ausbezahlt. Naja, VLT. Ja, nach den nächsten 50 Monaten, Lulululululululululu. Mannes, Bro. Mannes, danke für den Longtime Support, buddy. Wann machst du mal wieder ein Horrorgame? Gibt nichts besseres, als ein Horrorgame mit dem Girl zu schauen. Raute Domo für Präsident. Ach, Dude, Not Schuhe, Bro. Ich weiß nicht, ob ich so Bock habe auf ein Horror-Game, Dog. War das hier die Trainerschule? Na, habe es verkackt, die Items zu Rendemassen, aber ansonsten auch Rendemass-Pepilev. Okay, nice. Okay, das hier könnte rei-theoretischen Meisterwahl sein, Jungs. Das kann alles sein. Expertengurt. Ist das irgendwas Starkes? Diese alte Gürtel verstärkt sehr effektive Attacken. Oha! Wait, alle sehr effektiven Attacken? Also, wenn eine Attacke sehr effektiv ist, ist sie noch effektiver, oder wie? Ja, okay, krass. Geben wir erstmal Kamelot, würde ich sagen. Okay, das ist ziemlich cool, denke ich. An die Mods ist es Ausrufezeichen Challenge oder Ausrufezeichen Nass-Log? Reitual lernt keine Attacken von selber. Ja, wurde mir schon gesagt, Bro, aber scheiß drauf. Ah, Nass-Log, okay. Aber Mod-Only. Ah, es ist ein Mod-Only-Kommen. Okay, Baba. Okay, vorne. Aber wir sollten vielleicht Reese an den Anfang stellen, weil Reese ist Level 5 und wir sollten ihn leveln. Du bist schon Influencer, hast doch schon Unlimited-Money-Glitz gefunden, Smildev. Ja, true. Get one shot, Pussy. Bro, du kannst dir hier in der Stadt oben links im Flur eine Angel holen und ein neues Pokémon ist stark. Äh, die Angel habe ich schon, da habe ich schon geangelt. Da haben wir Reitschuh gefangen. Wir haben Reitschuh aus dem Wasser gezogen. Oh nice, Twitter ist Level 10. Und Kamala ist auch Level 10. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Hat er das andere Pokémon schon durch? Welches andere Pokémon? Achso, du meinst die andere Pokémon-Challenge? Ja, die war ziemlich einfach, Dude. Ähm, auf gar keinen Fall haben wir bei einem Fight gegen unseren Rivalen einfach verkackt, Bro. Der hat uns mit allem gewonshottet, weil er einen fucking Glurak hatte oder so. Ah, wir haben es durchgespielt, actually. Ja, wir haben ultra wieder Subs gegained, Dude. Wir sind bei 17.500 Subs gerade. Geisteskrank, Dog. Ah ja, ein Palkia war es. Ein Palkia. True. Ja, also es könnte jedes Pokémon sein. Die könnten hier auch irgendein legendäres jetzt haben. Warte mal, ich glaube Zubart ist easy zu killen, oder? Ich glaube, Zubart kann ich einfach mit Donnershock killen. Frech. Mehr Subs als Viewer. Äh, ja. War tatsächlich schon immer so, ne? Ist voll krass. Aber ist doch bei vielen Streamern so, oder? Dass sie mehr Subs haben als Viewer. Also. Ich glaube, es hängt halt davon ab, wie krass die Bindung zur Community ist. Also wenn du halt jetzt ein Channel bist, die Leute zum Beispiel nur gucken wegen dem Skill. Dann ist es wahrscheinlich nicht so. Aber wenn Leute dich gucken wegen deiner Personality und deinen guten Jokes. Wie das bei mir ist. Dann, ähm. Ja. Achso, ihr seid für den Skill hier. Ja, okay, kann ich aber auch verstehen. Monte hat weniger Subs als Viewer. Ja, aber Monte guckt man halt auch für Kylo, ne? Man guckt den Stream halt, weil man Kylo sehen will. Das ist ja das Ding. Und deswegen dann auch weniger Subs. Ich meine, was willst du bei Monte sonst gucken? Wegen dem Skill? Ich habe immer mehr Stunden gestreamt als Zuschauer. Oh nein. Bro. Ist du mir leid, buddy? Hahaha. Bitter. Ist Domo gestorben? Warum gehe ich wieder ins Poké? Nee, Domo ist nicht gestorben, dude. Warum sollte Domo gestorben sein? Okay, ähm. Ich würde ganz gerne. Genau, die kriegen wir jetzt nämlich, diese Uhr. Dann seht ihr unten meine Pokémon die ganze Zeit. Das ist ziemlich geil. So, jetzt müssen wir hier alle. Äh. Alle Clowns mal kurz anlabern. Welchen N64-Emulator hast du? Äh. Das ist nicht N64, buddy. Aber wenn ich N64 spiele, dann nehme ich immer den Project 64. Der ist das beste. Falsche Antwort. Oh, Megalull. Donnerblitz ist stärker als Donnerschock. Ist das so? Ich hätte mal fünf Viewer. Bist du stolz? Auf jeden. Fünf Viewer sind mehr als vier Viewer. Let's go, dude. Du hast zwei Encounter übersehen. Äh. In der Trainerschule oder was? Können wir da noch zwei fighten? Das wäre mega nice. Dann, ähm. Dann kriegen wir noch. Also, dann können wir kleine Kinder, die ihr Geld abziehen. Das gefällt mir immer sehr gut. Oh, jetzt habe ich von dem den Coupon. Noch nicht. Hey Kevin, kannst du mir kurz nochmal eben sagen, wofür man das Green Hornet Gewürz verwendet? Äh. Das ist einfach so scharfes Gewürz, Bro. Also, das kannst du dann alles reinmachen, Bruder. Wo du Bock hast drauf. So, wenn du scharfes Essen magst, mach es da rein. Wenn du Bock auf Schaf hast, gib ihm. Wir machen das in Suppe rein. Wir machen das... Wir machen das... Wir machen es ruhig überall rein, wo wir Bock haben auf Schaf. Geh ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn man sagt, Monte wird nur wegen seinem Hund geschaut. Wenn man selbst nur wegen dem geilen Chat und Domo geguckt, wird Peppi Löw. Tops, ich war nicht den, Bruder. Okay. Nice. Jetzt seht ihr hier die ganze Zeit meine Pokémon eingeblendet. Oh, beste Leben, Dinger. Ich liebe diesen Moment, weil dann sieht das Overlay gleich so 200 mal geiler aus. No joke. Gut, Freunde. Wie viel Cash haben wir? Aber warte mal. Wir gucken erstmal, ob wir noch den ein oder anderen... Das ein oder andere Kind abziehen können. Okay, den kann man nicht fighten. Kann man den hier fighten? Nee, kann man die alte hier fighten? Oben? Okay, schau ich gleich mal. Wir müssen halt Geld grinden. Wir brauchen unbedingt mehr Cash. Kann man das hier einsammeln eigentlich? Nee. Geh bei jemandem anderen den Expertengurt. Benutz doch erstmal nur Drachenwut bei Camelot. Joa, passt erstmal so, Bro. Okay, hier oben, oder was? Ah, true. Oh mein Gott, nice. Guter Call. Da liegt auch noch ein Item. Das können wir auch noch holen. Rechts oben in der Schule. Die beiden habe ich schon gefeiert, Jungs. Lost, chat. Gibt es in der nächsten Stadt nicht ein Casino? Oh mein Gott, warte mal. Es gibt ein Casino? Was können wir da spielen? Slot Machine? Wir brauchen Geld. Nein, den Platin nicht. War es nicht irgendwie so, dass in der deutschen Version in irgendeiner Edition des Casino rausgepatcht wurde? Ich meine, ich hätte mal irgendwie sowas gehört. Wurde, glaube ich, generell rausgenommen. Ja, aber Realtalk ist auch nicht schlecht. Also, ist schon richtig so. Ich werde dich mit meinem Carpador besiegen. Was mir mein Papa gab. Stabiles Carpador, Bro. Alles cool, chat. Der kann uns nicht ficken. Wenn du mich versuchst zu ficken, fige ich dich zurück, du Opfer. Dista, Flippo, Soja, Mercury, Patrick, Bronze. Danke, Paul-Boys. Fing auf die Subs. Boah, Junge, 177 XP hat er gemacht. Ist das Pokémon Domo gestorben? Domo gab es hier gar nicht, Bro. Also, wir haben den Try schon geblowt. Also, da wo Domo gestorben ist, da sind wir schon raus. Das Ding ist, ähm, aber wir haben ja auch die Version gelöscht. Also haben wir auch Domos Tod gelöscht. Also, Domo gab es noch gar nicht. Und wir können Domo jetzt quasi wieder beleben. Okay, Freunde, ist hier sonst noch irgendwo ein Account? Baba. Sehr geil. Rechts von der Stadt warst du noch nicht, Bro. Äh, doch, ich glaube schon. Aber ich farm gerade Geld, Dude. Meint ihr, Reese schafft den alleine? Nee, ne? Oder doch? Nice. Yo, holy shit. Dude, Dagger hat ein komplettes Level gebracht. Nice. Okay, sehr geil. Was ist hier noch? Können wir den auch noch fighten? Nee. Funkelstein. Okay, keine Ahnung, ob das geil ist. Ähm, okay. Hier können wir auch erstmal noch nicht weiter. Gut, wie viel Catch haben wir bekommen jetzt insgesamt? Hat das irgendwas gebracht? Und können wir uns jetzt vielleicht... Ich weiß nicht. Okay, pass auf. Was denkt ihr, wie viel Pokébälle brauchen wir für den nächsten Encounter? Welchen Emulator verwendest du? Drei ist halt über Trash. Schon so zehn, oder? 300, ja moin. Äh, ich benutze Desmume, heißt der. Danke für die 5 Euro, Bro. Chat, haben wir beim letzten Mal hier schon... Versucht, haben wir hier schon versucht, Pokémon zu fangen? Ach du Scheiße, aber ich sollte es schaffen. Es sollte easy sein. Okay, ich glaube, den kann ich direkt One-Shot mit Reese sogar, oder? Du brauchst mal eine Exit-Tabelle, oder so. Ja, damit ich mir eintrage, wo ich schon... Wo ich schon... Wo ich schon gefahren bin, und wo nicht. Bro, Reese ist fucking stark. Holy shit. Wälzer ist, glaube ich, Wasser, ne? Ah, Bro. Easy für Reeds, Mann. Juckt ihn überall. Okay, what the fuck? Wasser und Boden? Okay. Dann ist Camelot dran. Freunde, was ist denn gegen Camelot? Richtig stark. Wo muss ich aufpassen? Weil das weiß ich bis jetzt noch nicht. Bis jetzt war ja gegen alles Eis. Okay, Eis ist scheiße. Und Drache, oder? Genau, ja. Drache und Eis. Okay. Aber geht. Ich glaube, nicht so viele Pokémon sind Eis und Drache. Deswegen... Easy, dude. Nice. Und Camelot auch Level 11. Sehr geil. Fee gibt es noch nicht in der Generation. Okay. Aber ansonsten wäre Fee auch gewesen, oder wie? Okay. Dann weiß ich Bescheidung. Kannst du gleich das Wesen von Rees zeigen? Wofür ist das wichtig, Bro? Er ist lasch. Was auch immer das heißt. Besitzt starken Willen, mag saures Essen. Mega. Passt doch zu Rees, Mann. Ist doch Rees, Mann. Warte mal. Hat der uns wieder Cash gebracht gerade? Oh, das versteckt dann manche Werte. Oh, lol. Nice. Der hat 1000 gebracht? Okay, Baba. Dann haben wir jetzt 9. Let's go. Ja, mit 9 können wir eigentlich 1 fangen. Warte mal. Hier ist noch ein Trainer. Den fighten wir noch vorher kurz auf Save. Das Wesen gibt immer plus 10% auf einen Wert und minus 10% auf einen anderen. Okay. Oh ja, wir könnten uns noch heilen gehen, True. Obwohl es nicht so wichtig ist. Weil wir One-Shotten eh alles gerade. Denke, ich schwöre Rees OP einfach. Damn, son. Where'd you find this? Hast mich auch wieder mit Pokémon angesteckt. War damals mein erstes Pokémon, was ich gespielt habe. Hier ein Bild von meinem Team. Yo. Yo. Sorry, Alter. Empoleon, Entei, Dragoran, Arceus, Bisa, Flor und Dialga. Holy fuck, dude. Not bad, dog. Arceus auf Level 23. Nee, es ist die Randomized Challenge, Jungs. Wir hatten einen Arceus auf Level 5 bekommen sogar. Aber meint ihr trotzdem, dass es gecheatet ist? I don't know. Schummel-Modul damals Goat. Ja, in Pokémon habe ich es jetzt nicht verwendet, aber... Actually habe ich es, glaube ich, in keinem Game verwendet. Oh, der hat ja fast nichts gebracht. Pff, 100 Dollar, du. Holy shit. 100 Dollar, Bro. Einfach Zeit gewasselt. Wir haben gerade zwei Minuten was gemacht und nicht mal 100 Dollar bekommen. Oder gerade mal nur. Okay, ähm... Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Wir riskieren. Scheiß drauf. Neun Poké-Belle müssen reichen. Okay, wünsche mir Glück, dass ich irgendwas Stabiles bekomme. Am besten nochmal Glumanda, Alter. Glumanda wäre so geil. Ich komme. Oh! Wait, what the fuck? Ist das ein Legendary? Ach, nicht er wieder, Dicker. Okay, ähm... Das Ding ist, war der... Der hatte doch 3% Chance oder so. War das nicht so? Ah, das ist ein anderer. Regirock ist gut. Aber wie viel Chance hat der? Den kann ich nicht fangen mit neun Poké-Bellen. 3% Chance. Ne, lass umbringen. Wir können nicht... Wir wasten alle neun Poké-Bälle einfach. Halten Sie es für möglich, dass wir es kriegen. Wir sind gerade wirklich low on money. Okay, das war gut abgemessen hier, Freunde. Okay, ich vertraue euch. Wir Trines. Wir gehen für den Gamble, Jungs. Mach zwei, drei Bälle. Ja, wir machen fünf, würde ich sagen. Geh, Papa. Könntest du bitte unseren besten Freund Benedikt Nikola auch zum 16-Geburtstag gratulieren, von San und Kasper? Äh, Benedikt. Hast du einen kleinen Pimmel? Alles Gute zum Geburtstag, Bro. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Scheiße, wir machen nicht fünf. Fünf ist wasted. Komm, Bruder. Gön, 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 gön. Bitte. Okay, ich bin süchtig. Wir machen noch einen. Ich hätte kurz swappen sollen, nicht, dass Rhys drauf geht. Okay, Reds mal jetzt bitte nicht hops gehen. Okay, und jetzt. Was machen wir jetzt? Wollen wir einfach killen? Ist kein Cheatspieler, auch einfach die Nizocke-Challenge und hatte einfach Todesluck mit den Legendaries. Es ist aber auch dazu schon, glaube ich, mein Zehnter-Drei. Okay, sure, buddy. Danke für mich, Bro. Gehen zähl, man. Okay, bringt der wenigstens gut XP? Du, der bringt 180 XP insgesamt. Ja, moin. Dude, what the fuck? Ach, Bro. Paper Hands, Chat. Wir haben immer noch nur drei Pokémon. Ach, Mann. Ich freue mich so auf die Phase, wenn wir bessere Pokébilder haben. So was wie Superball oder so. Das habe ich hingelegt auf den Kratzbaum. Der ist in der Küche. Ja. Wenn jetzt kommt hier irgendwas richtig krass Sinnvolles. Zehner, Alter. Wenn jetzt kommt hier irgendwas richtig Sinnvolles. Okay. Gut. Never mind. Bro. Oh, ja. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich, das kann ich one-shotten, oder? Oh, ja. Uff. Oh. Oh, shit, dude. Alter, Junge. Imagine hätte jetzt so Tackle gemacht und uns gekillt. Beziehungsweise Ries gekillt. Hier oben noch in die Höhle für den neuen Encounter. True, dude. Kommt alle auf meinen Kanal. Machen wir später. Aber jetzt bahne ich dich erstmal. Okay? Bis später. Ciao. Verkauf eines für mehr Bälle. Ja, smart, smart. Angel habe ich schon, ja. Aber angeln zählt nicht als neuer Encounter oder so. Okay, wie viel bringt das? Oh, tausend. Wofür brauchen wir Funkelstein? Für welche Evolution? Ist das für irgendwas Wichtiges? Für Evoli? Ah, scheiß drauf. Verdammt, son. Wo hast du das gefunden? Ich habe einfach auf Google eingegeben. Platinum. Download. Und dann habe ich irgendwas genommen. Okay. Okay, nice. Aber dann kann ich jetzt nochmal 5 Bälle kaufen. Dann haben wir jetzt wieder 10 Bälle, Chad. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Du bist doch der Einzige, der Pokémon spielt und Boden-Pokémon mit Elektro angreift. Bruder, mach nicht den. Okay, Freunde. Wir gehen oben in die Höhle und hoffen, dass wir da irgendwas Sinnvolles bekommen. Wünsche mir Glück, Jungs. Wie, das ist er, Alter. Ich glaube, ich swap mal gleich wieder zurück zu Camelot. Ich will eigentlich Camelot auch ein bisschen levin. Ab wann entwickelt sich Camelot, Jungs? 16, oder? 24, okay. Oder sollen wir Twitter ein bisschen leveln? Aber warte mal. Für den nächsten lassen wir mal Reese. Weil Reese man nicht so viel Damage. Komm, bitte um was geiles. Ich bitte um was geiles. Komm, 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 komm. Ist das was Gutes? Ist gut, ist gut. Okay, okay. Die Frage ist, ähm... Was mache ich, damit ich ihn jetzt nicht komplett kill? Meint ihr Ruckzuckieb wird ihn one-shotten? Nee, oder? Oh, Baba. Das ist perfekt. Okay. Donnerblitz ist vierfach resistent. Okay. Okay, ich mach noch eine Tackle und dann Pokéball, würde ich sagen, oder? Kein Volltreffer. Oh, okay, nice. Let's go, dude. Das ist safe besser als Reitschuh. Ja, wir brauchen beides, Bro. Also, wir brauchen so viele Pokémon erstmal wie geht. Bitte bleib einfach so schnell wie möglich drin. Komm, bleib einfach beim ersten drin. Mach auf eh, Bruder. King, Alter. Einfach ein King. Ich nenne ihn einfach King. Danke, Doc. No joke. Wir brauchen gerade so unbedingt die Pokéballer. Das ist einfach King. Nice. Was hätten wir hier noch so bekommen können? Okay, mal gucken, was hier noch ist. Sorry, chat. Ich mach den Mauszeiger aus dem Bild. Ja, also die Auswahl in der Höhle ist auf jeden Fall groß. Gefällt mir. Aha. Zwürfels. Ist der stark? Ist auch nice. Okay, krass. Lösch dich, Digga. Bro, wir feiten hier so Level 3 Pokémon. Alter, wir müssen unbedingt weitergehen vorne. Ah, wir gucken mal, was hier noch so ist. Kannst du nachher mal zeigen, was du alles im Universal-Pokémon-Random-Messer-Random-Iniziert hast? Oder darfst du das nicht on-stream? Magneto ist ganz okay, Peppylefty-Time. Ähm, ich habe Randomized-Startup-Pokémon, die Items, äh, die Trainer und die Pokémon, die spawnen, die wilden. Die vier Sachen. Das ist nicht sehr effektiv. Lull W, Bro. Dabei muss aber ganz schön schnell gedroppt, Minion. Area 1 zu 1? Nee, einfach nur Random. Ah, ich habe einfach nur Random angekriegt. Okay, Freunde. Wir gehen weiter in der Story, würde ich sagen. Puh. Aber vorher gehen wir mal heilen. Oder denkt ihr, wir sollten Magni-Zone kurz leveln? Ist das Worth? Bevor wir weitergehen? Eigentlich schon. Wir sollten den kurz auch auf Level 10 hochcarryen. Du meinst King, oder? Ja, exakt. Spielst du mit Controller? Ja, ich habe so einen Xbox-Controller hier angeschlossen. Wisst ihr, was wir auch noch machen können? Das hat gerade jemand in den Chat geschrieben. Wir können ultra weit zurückgehen in die erste Stadt. Und können da angeln gehen. Und da noch einen guten Encounter bekommen. Hier. Hier haben wir noch nichts irgendwie gefangen. Können Glück haben. Sei irgendwas Geiles. Come on. Ich weiß nicht, Chat. Ist das was, was wir wollen? Eher nicht, oder? Ja, ich glaube, ich fange ihn. Aber... Pokéball-Verschwendung? Das Ding, was wir brauchen, eigentlich jedes Pokémon gerade, Freunde. Nee, ey. Ich höre nicht auf euch. Scheiße, auf Weg. Fang den. Wir fangen ihn und nennen ihn Banko. Das Ding ist, Freunde. Vielleicht wisst ihr das nicht, weil ihr gerade eingeschaltet habt. Wir können immer nur das erste Pokémon fangen. Wenn wir jetzt hier nicht das fangen können, dann kriegen wir hier kein Pokémon mehr. So, wisst ihr? Guck mal, jetzt haben wir einen Ball gewastet. Aber... Wir haben halt auch einfach ein Pokémon mehr. Das könnte uns irgendwann helfen. Du, das Ding ist Müll. Ja, trotzdem, Bro. Nennen ihn Traum-Auto. Killer. Killer-Joke-Dog. Okay, wir haben ein ziemlich nices Team schon. Ich glaube, wir bräuchten noch sowas wie ein Feuer- und ein Wasser-Pokémon. Das wäre sehr geil. Der kann nicht schon wieder er. Wie oft einfach er. Den hat mir beim letzten Mal schon fünf Mal oder so. Er will Revanche. Bro. Er wird jedes Mal ultra zerfickt. Ich glaube, wir kochen können wir mal die Mindest-Done runternehmen auf drei Jungs. Das ist das Ganze ein bisschen chillter. So. Weil jetzt ist Text-to-Speech nicht mehr so nervig. Traum-Auto. Nennen ihn einfach I8. Gute Idee, Dude. Es gibt in einem Autohaus. In Nordrhein-Westfalen. Zwei I8. Die mir sehr zusagen. Und ich überlege, ob ich irgendwie... Ich weiß nicht. Hinfliegen ist halt super trash jetzt während Corona. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so... Eww! Ach so! Sorry, Alter! Wahrscheinlich growl on kurz mal, oder? Ja. Fangen ihn, ich kann ihn nicht fangen. Damn, son. Where'd you find this? Ich sag mal, hätte jetzt nicht sein müssen, Freunde. Ach, Dicke. Mann, ich wusste nicht, was er für einen Typ hat. Ach, Dude. Sorry, Chat, jetzt ist er dead. King ist tot, Jungs. Was ist gerade passiert? Unser neuer, frisch gefangenes Pokémon ist gerade gestorben. Und jetzt ist er für immer tot halt. Wir müssen es jetzt ablegen in PokéCenter. Das ist die Regel. Mhm. Ne, sieh schon, hab ich nicht mitbekommen. Dank für die 3 Euro, Bro. Oh, warte mal. Ich hab Texas Beach noch auf, äh... 5 Euro. Geh ins Anfangsdorf, äh, da kannst du auch noch angeln. Ähm... Ist das so? Ach, Mann. Bro, es tut mir leid. Sorry, Dude. Ist unser erstes Pokémon, den Run was gestorben ist. Hm, bitte. King lebt in unserem Herzen immer weiter. Real talk. Okay, Freunde, dann machen wir das noch kurz, oder? Ich glaub, das ist ziemlich smart. Das war ein ordentlicher Weg, aber wir brauchen halt einfach gerade Pokémon. Gab's in dieser Edition eigentlich auch sowas wie Fliegen? Dass man so von, ähm... Ort zu Ort fliegen kann, weil, Bro, dieses Laufen ist so nerfig, Dude. Ja? Okay. Ja, hat eine neue Platte nie gespielt, Freunde, deswegen. Kann ja sein, dass sie das hier nicht reingemacht haben, oder was. Ähm, wo kann man... Ach, hier, hier, okay. Okay, bitte gönn irgendwas Geiles. Come on. Digga, kann doch mal bitte was kommen? Digga. Komm. Irgendwas Gutes, was kein Legendary ist. Weil Legendary können wir nicht fangen, die hast die Chance zu klein. Ist das gut? Ich glaube, ja, oder? Ist okay. Ja, gut. Okay, reicht uns gerade. Bitte One-Shot ist nicht. Okay, nice. Meint ihr Tackle würde es komplett killen? Mach nicht, okay. Ja, wir opfern Banco. Scheiß drauf. Banco macht irgendwas. Okay. Fund würde ihn auch nicht safe nicht killen, oder? Kein Psycho-Move. Ist Psycho stark gegen den, oder was? Ach so. Ja, okay. Rip. Was ist denn die Hypnose, Jungs? Ist das, wo der sich dann selber Damage macht? Ah, schlafen. Oh, lol. Ja, Baba. Meint ihr, wir können auch legendäre Pokémon schlafen? Äh, legen? Weil Shad meinte, dass dann irgendwie die Wahrscheinlichkeit 30% höher ist, oder so. Ist die dann 30% höher allgemein, also die absolute Zahl, oder relativ gesehen? Also, angenommen, es sind jetzt 10%. Von Anfang an. Dann sind es ja 30% mehr, sind ja dann, sag ich mal, Pi mal Dauch. Ne, genau 13% dann insgesamt. Ist es so gemeint? Oder ist dann quasi, ist es dann 10% plus 30%, also 40%? 13, okay. Okay, wir brauchen einen Namen für diese Kollegen hier. Wie nennen wir dieses Pokémon? Flying Uwe? Ich glaube, Uwe ist gebannt. Das ist, weil ich jetzt nicht so passen. Rumatra. Wir können es einfach Wieland nennen. Wir nennen es einfach Wieland, Digga. Das ist der Name. Wie Wieland. Baba. Perfekt. Arschgeil, okay. Dann gehen wir kurz zum Modeln und Heilen. Und dann leveln wir, würde ich sagen... Wir können ja King leveln. 0 W. Oh, wait. Damn, son. Where'd you find this? Jo, bro. Wie kann man die Rom randomizen, damit man den ganzen Stuff hat, so wie du? Es gibt ein Programm, das heißt Randomizer. Gib einfach mal Pokémon Randomizer ein und das ist dann so das Erste, was kommt. Du wirst du finden, bro. Super easy, dude. Och, Digga. I wish wir hätten Pikachu gehabt. Ich meine, wir haben immerhin Reese, also Raichu. Das ist schon ganz nice. Aber... Ja. Trotzdem. Universal Pokémon Randomizer. Ja, das könnte es sein. Ich glaube, das musst du eingeben, buddy. Links zum See, da haben wir schon... Da haben wir schon Pokémon angefangen. Wir haben jetzt überall bis da, wo wir gerade waren, Pokémon gefangen. Moin, Kevin, also erst mal Daily Reminder, dass du die neuen Sub-Emotes reinmachst. Mach's doch einfach jetzt rein, aber vorher guck das an. Da ist kein Link drin, bro, in der Dono. Und gerade habe ich keinen Bock, aber ich versuch's heute Abend zu machen. Danke für die 3 Euro Hates. Kussi! Dega, come on! Yo! Sorry, Kumpel, Alter. Weißt du, was kriegen wir hier? So ein Raupi-Bumms, Alter. Damn, son. Where'd you find this? Not like this, Bindum. Ich darf ihn nicht fangen. Wir müssen ihn umbringen, vorne. Ich darf ihn nicht fangen, das ist die Regel. Danke für die 3 Euro Hates. Vielen Dank, man, Bro. So frech, einfach. No joke. So dumm, Alter. Bruder, einfach. Pokémon aus Tschernobyl, einfach. Mund ist oben am Kopf, im Haar drin. So was passiert mit euren Haaren, Chef, wenn ihr eure Haare mal für fucking... ...ein halbes Jahr nicht wascht. Nein, dann passiert das. Dann kriegen eure Haare einen fucking Mund. ...und essen euch dann auf und shit. Okay, wer ist denn wichtiger, Wieland oder Banko? Banko ist unwichtig, oder? Also sollten wir Wieland leveln. Und wir müssen auch ein bisschen Tour dann noch leveln. Sorry, Bankos, tut mir leid, aber... ...du bist einfach trash. Sei doch einfach besser, Dude. Okay. Warum flietest du? Hol dir doch die XP. Ja, aber bei so level 3 Mobs, Alter. Ist doch Zeitverschwendung. Was ist mit dem Trial mit dem legendären Pokémon? Äh, weiß ich nicht, Dude. Ich habe auf gar keinen Fall gechokt. Ich glaube, ich habe die Datei gelöscht oder so. Irgendwie sowas war es. Irgendwas, was weitaus weniger peinlich ist, als einfach gegen den Rivalen komplett gestoppt werden. Irgendwie sowas war es. Wir hatten in dem Run gegen den Rivalen gekämpft und der hatte einfach einen Dialga Level 25 oder so. Und hat einfach unseren Arnus komplett penetriert. Oder Palkia. Sorry. Auf jeden Fall hat er uns trotzdem gebumst. Frech, Dude. Einfach fucking frech, Marcel. Danke für die drei Euro, Bro. Kurz aufs Auge, Mann. Lupold, Y, Mystics, Johann, Tim, Warte und Tobi. Danke für die Subs, Bois. Vielen Dank, man Bros. Bruder, er sieht aus wie dieser Ron Bilecki. Heißt der so? Der nice Schwanz-Pro-Guy, genau der. Er sieht ja legit aus, als hätte er so einen Bademantel an, das Pokémon. Ist voll der Drip einfach. Es ist die Rate plus 30 Prozent? Nee, glaube ich nicht. Das wäre ultra-OP. Dann könnte man ja einfach legendäre Pokémon einschläfern und dann mit vier Versuchen oder so das Ding einfach easy fangen. Alter, WLAN ist Level 6. Let's go. Benutzt du schon den neuen PC? Und könntest du mir vielleicht eine gute Seite, bei der ich mir einen neuen PC einfach und günstig konfigurieren und bestellen kann? Ah, da fällt mir sprach leider nichts ein. Bro, danke für die drei. Ich benutze den neuen PC noch nicht, weil ich muss den halt noch erst einrichten mit OBS. Wie heißt das Programm, damit du zocken kannst nochmal? Äh, Emulator, Desmume heißt es. D-E-S-M-U-M-E. Scheiße, ich hätte es switchen sollen. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Achso, er macht sich einfach nur nass. Okay. Okay, vielleicht können wir ihn bumsen. Ich glaube, wir können ihn bumsen. Ich standardiere deinen PC und installiere dir ShareX. Oh ja, Flash, ja, vielleicht kannst du einen OBS einrichten, Lull. Nenn doch das nächste Pokémon, Spekra. Mit mir wirst du jeden Kampf gewinnen. 77 und desilien 777 Dezilliden 770. Spekra, ich glaube, dass das Pokémon dann sich immer so selber schlagen würde und so, weißt du? Und so komplett verloren wäre immer. Ich glaube, dass das passieren würde bei dir. Danke für die drei. Deswegen lieber nicht, dude. Okay. 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 Vater, das ist übertrieben nice, dass wir gerade so viele Trainer falten. Alter, die bringen gut Cash. Die ganzen Kiddies. Muss ich ernsthaft donaten, um eine Antwort zu bekommen? Ja. Naja, egal. Wo hast du das Game gekauft? Lieb dich. Achso, Digga. Sorry, Alter. Er hat Gewaltroh. Achso. Sorry, dude. Äh, ich hab das Game nicht gekauft. Du kannst dir einfach runterladen, buddy. Gekauf, bro. Tut, als ob ich irgendwas kaufe. Was ist das hier? Legal? What the fuck? Irgendwo die drei Euro. Nee, buddy. Du kannst ja einfach den Emulator runterladen und dann Platin spielen. Ich glaube, dass man es aber nur machen darf, wenn man das Game auch wirklich gekauft hat. Und das habe ich. Ich hab's da hinten liegen, tatsächlich. In dem Schrank da. Ich will es jetzt nicht holen, weil ich nicht Bock habe, so aufzustehen. Aber es liegt genau da, in dem Schrank. Hundertprozentig. Doch, doch, doch. Ich hab mal, warte mal. Ich hab mal ein Bild gemacht, davon. Ähm. Ich hab mal ein Bild davon gemacht. Hier. Das ist, das ist meins, hier. Da. Ich hab's leider mit meinem Nokia fotografiert. Erinnerungen werden wach an deinen Tod. Liebe geht raus, Bebel. Aber das ist eigentlich meins. Das ist, das ist eigentlich meins, falls jemand fragt. Perfekt. Erinnerungen werden wach an deinen Tod. Liebe geht raus. Oh, dude. Holy shit. Der hat einen Palkia bekommen. Holy shit. Not bad. Oh, hab ihm eine Scope-Linse bekommen. Was ist das? Ein Album, das einem Pokémon zum Strahlen gegeben werden kann. Das erhöht die Volltrefferquote. Oha. Ist auch voll OP, oder? Okay, nice. Warte mal. Wem geben wir das? Geben wir Rezmann, würde ich sagen. Hab ich den Kochstream verpasst? Ja. Okay, warte mal, warte mal. Wollen wir noch kurz leveln, bevor wir in die nächste Hülle gehen? Oder wollen wir in die nächste Hülle gehen direkt? Damn, son. Hätte ich über Bock drauf. Wir gehen gleich in die Hülle und hoffen auf ein neues Pokémon. Aber ich will noch kurz V-Land ein bisschen leveln. Wenigstens auf level 10 oder so. Herzlichen Glückwunsch, du bist nur in vier Stunden live. Danke, I guess. Ich bin hier einen Tag mehr als vier Stunden online. Und was ist mit Banco? Ich glaube nicht, dass wir Banco leveln müssen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Banco ist einfach trash. Ich glaube, wir müssen einfach einsehen, dass Banco nicht useful ist. Los, V-Land. Du bist dran. Leute, was ist denn gegen V-Land sehr stark? Wo muss ich denn aufpassen? Weil sonst könnte ich halt immer mit dem alleine das killen. Dann bringt der mehr XP. Kevin bekommt Pokémon-Booster-Packs von Pokémon geschenkt. Auch Kevin holt sich legal Pokémon-Platin aus dem Internet. Wer will das? Nein, Bro. Ich habe das Game wirklich gekauft. Ich habe eine Capture-Card. Ich spiele das gerade mit meinem Nintendo DS. Das Ding ist, ich habe nochmal in meinem Nintendo DS den Bildschirm ausgebaut. Und habe den so custom. Meistens sieht er aus wie ein Xbox-Controller. Aber hier ist im Grunde ein Nintendo DS drin. Video dazu kommt demnächst. War sehr aufwendig. Oha. Boah, den hätten wir auch Reese nennen können. Hätten wir den gefangen. Gibt es hier auch qualitatives Gameplay? Overwatch wäre doch mal wieder nice. Ein Rhein-Bow-Nut. Rhein-Bow. I don't know. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir mal wieder Overwatch zocken. Mal gucken. Ich denke darüber nach, Buddy. Danke für die drei, Mann. Ich meine, so was... Also zum Beispiel Karl zockt halt Overwatch. Das wäre jetzt ziemlich cool. Und Rätsmann halt auch. Da könnte man safe eigentlich mal was machen. Mal gucken, Dude. Nichts gegen Rainbow. Ja, ja. Rainbow Six. Der CSGO-Killer. Nee. Also ich hätte auch Bock auf Rainbow, Dude. Aber... Das Ding ist, ich versuche mich halt gerade... Oha. Ich versuche mich halt gerade so ein bisschen fernzuhalten von so... Shooter-Games. Weil ich eben das Gefühl habe, dass ich in allen anderen Games weitaus besser entertainen kann. Und vor allem muss ich mich dann halt bei so Shooter-Games immer darauf konzentrieren, dass ich halt gut spiele und so. Und hier kann ich halt chillig zocken. Weißt du, wie ich meine? Abgesehen von EFT. EFT ist cool. Fuck, falscher Tag eingesetzt. Fuck, falscher Tag eingesetzt. Schon in den Steam-Summer-See reingegockt, damit du dir Content kaufen kannst? Äh... Nee, actually habe ich noch nicht getan. Ist da irgendwas dabei, was super stabil ist? Habe ich noch nicht gemacht, nee. Ich habe nur ein Game, was ich unbedingt zocken möchte. Und zwar The Coin Game. Das spielen wir vielleicht heute Abend sogar schon. Da ist man in so einer Arcade-Halle. Und kann dann so Spiele spielen, wie so diese Greif-Armen, wo man dann so... Irgendwelche Viecher so rausbekommen kann und so. Aber das ist, glaube ich, nicht im Steam-Summer-Sale. Komm, schlag dich selber, du Idiot. Knecht, Alter. Ist das das Game, was exklusiv an der Woche gespielt hat? Nö, das ist das, was Lyric und Soda Poppin' gespielt haben. Ich klaue heute von anderen Streamern. Okay, Freunde. Wieland ist Level 10. Banco ignorieren wir. Aber warte mal, ich glaube, Wieland ist unsere Pokémon-Fangen-Bitch. Ist perfekt. Lass uns reingehen hier. Achso, warte mal, okay. Ist erstmal noch ein Fighter jetzt. Ach, nee. Ach, der wollte gar nicht falten. Der hat uns die VM geschenkt. Ich erinnere mich. Okay, wünsch mir Glück vorne. Okay, es ist ein Wasser-Pokémon. Wir haben noch kein Wasser-Pokémon. Ich glaube, das ist gut. Okay, das scheint wohl ziemlich stark zu sein. Okay. Dann lass uns hoffen, dass es nicht direkt... Oh, das ist sogar ein Eis-Pokémon. Okay. Oha. Wilde Moves, dude. Bitte nicht killen, bitte kein Volltreffer, bitte kein Volltreffer. Let's go, dude. Das kann sogar eine K.O.-Attacke lernen. Ich weiß nicht, was eine K.O.-Attacke ist, zu mir auch nicht. Aber ist auf jeden Fall sehr nice. Ist es Wasser und Eis oder nur Eis, Chad? Dass es One-Hit ist? Wait, hä? Ist doch voll OP dann. Oh! King. Okay, wie nennen wir den Typen? Ah, 30% Hit-Chance aber nur. Mmh. Okay. Nennen ihn Trimax. Habe ich auch überlegt. Das war actually mein erster Gedanke. Nennen ihn Onlyfans. Wir können ihn Basti nennen. Alter, der passt... Basti passt hier übertrieben. Das ist Basti. Oh nein, ich habe ihn Basti genannt. Fuck. Ich habe ihn Basti genannt. Nein. Ah, scheiße. Ah, fuck. Jetzt heißt er Basti, Bro. Ah, ha, ha. Fucking Basti, Dude. Oh, er hat Eis und Wasser sogar. Ah, okay, nice. Ist gut, glaube ich. Ist kühn, nickt oft ein und mag saures Essen. Baba. Okay, ich würde sagen, wir gehen auf Save mal zurück und level Basti dann. Oder Basti, meine ich. Nexon und Marcel, ihr seid beide Spasten kleiner als drei. Imagine, man nennt einfach drei Euro, um seine Hobies zu beleidigen. King. Ähm, 80% sind auf Brothers and Tale of Two Sons. Spaß, du bist ein Zuhälter. Nochmal Spaß, du bist Streamer, weil du nichts kannst. Einfach Hops genommen. Danke, Bro. Damn, son. Where'd you find this? Lange kein Pokémon mehr gezockt. Danke für den Tipp. Ich schaue weiter und zocke nebenbei jetzt Pokémon Perl. Nein, Freunde, ich shoppe mal kurz rein. Wir kaufen uns mal schnell kurz Brothers and Tale of Dings. Ah, ich vergesse es sonst. Und das ist der Überschnapper. Anstatt 15 Euro einfach drei. Damn, son. Where'd you find this? Nur der SV Sandhausen Lul ruf mal Basti an und frag wie das Spiel lief, Lul. Oh nein, haben sie verloren? Oh nein, sie haben verloren, oder? Ja, Jungs, Dark Russian war früher mein Name. Oh nein, sie haben verloren, Dude. 5 zu 1. Oh nein, for real. Warte mal, warte mal ganz kurz. Hätte der Hasford das gewonnen, wären sie in der Relegation gewesen? Und hätten gewinnen können? Also hätten dann quasi aufsteigen können? Ihr solltet vielleicht besser heute nicht Basti-Stream gucken. Oder ihr solltet vielleicht extra Basti-Stream heute gucken. 1 von beiden, ich bin echt nicht sure, to be honest. Bro, ich habe gerade HSV Basti gegoogelt, ich bin vollidiot. 1-5 gegen SV Sandhausen. Ach du Scheiße, Basti, tut mir so leid. Er meinte sogar noch, ich habe gestern darüber gesprochen, er meinte so, ja, also gegen Sandhausen, der Name schon. Das sollten die locker gewinnen. Warte mal kurz, Nico hat mir was geschickt, was ich off-stream hören soll. Ich höre das mal kurz an, vielleicht ist was Wichtiges. Abreit sei nicht so fies kleiner als 3 PS. Ihr seid trotzdem Spastengalbriede. Ihr seid mir mit Okay, also Nico hat mir jetzt gerade ausführlich gesagt, dass er einen kleinen Schwanz hat tatsächlich. Ruf mal bitte Basti an und frag ihn mal nach seiner Meinung zu dem Spiel Lul plus 1 in den Chat Lul. Nee, ey, Jungs, real top. Ich liebe es, Basti abzufucken, aber ich glaube, das ist wirklich was, was sich richtig abfuckt. Und dann da noch Salz in die Wunde zu streuen, wäre schon echt, das wäre ein 31er-Move hier. Nee, das ist nicht mein Style. So gerne triggere ich die Leute auch wieder nicht. Oh, gegen die haben wir noch nicht gefeiert, nice. Ach Bro, ich habe vergessen, meine Pokémon zu heilen, ich Vollpfosten. Achso, dicker, sie hat... Yo, sorry, Alter. Ja, das ist jetzt der Choke. Warte mal, was ist denn gegen Drache gut? Eis meintet ihr. Okay, warte mal, aber unser Eis-Pokémon ist fucking low. Okay, warte mal, wir könnten unseren coolen Trank, den wir haben, verwenden. Fuck! Achso, wait, hier. Okay, never mind. Okay, ist es worth Barty? Ich weiß nicht, ob Camelot das überlebt. Warte ganz kurz. Nee, wir tryen einfach auf Camelot zu wechseln. Ey, lass mich das jetzt nicht choken hier. Come on. Okay, hast du es vorbereitet? Hier. Oha. Voll nice. Ja, nur... Lass es... Ja, okay. Warum? Du kannst es auch posten. Achso, ja, okay. Ja, okay, dann poste ich es. Okay, Cindy hat es so richtig schön gemacht, Jungs, mit den Rezepten, was wir heute gekocht haben. Entweder hab ich dich gestern in einem Cabrio mit... Und, ähm, ja, also Cindy hat es so richtig nice vorbereitet, also ich kann euch das Rezept von heute in die Insta-Story packen, so richtig schön, falls ihr das nachkochen wollt oder so. Das ist sehr, sehr nice. Äh, mach ich dann einfach nachher. Oder morgen oder so. Okay. Danke, Bibi. Sorry, ich spiel die Doms nochmal ab. Okay, ich soll ihn doch jetzt eigentlich one-shotten, oder? Sandwürbel. Entweder hab ich dich gestern in einem Cabrio mit Henke und Cindy durch Berlin fahren sehen oder ich war mies hyper ist. War so um eins. Nee, du... Ich bin, seit ich das letzte Mal i8 gefahren bin, nicht in einem Cabrio gewesen. Damn, son, where'd you find this? Wir sind's, die Atzen, und wir feuern, bis um acht. Die ganze Nacht und von acht. Feuern wir weiter. Bis um acht der Jackpot wird geknackt. Wie immer können wir nur gewinnen. Ich mach den Win-Win-Power-Move. Katschings, Mulev. Max, warum schreibst du in meinen Chat, dass du mies dünn Schuss hast? What the fuck, Max? Oh, Sandsturm ist eine Schmutzattacke, oder? Warte mal, wir gucken mal kurz. Aber ich glaube schon. Ist das, was wir brauchen? Ich dachte, das wäre eine wichtige Info. Ja, das geht so, Bro. Okay, sollen wir Sandwirbel dafür wegmachen, vielleicht? Ja, oder? Schau mal das neue Hater-Interview an. Mit wem ist das? Da haben wir die fünf, Bro. Oh, mit Farid Bang. Welcher Allmann sagt, Salz in die Wunde streuen, WTF-XDPS, sag Cindy einen schönen Gruß. Dicker, jeder sagt das. Salz in die Wunde streuen, das ist ein normales, das ist eine normale Redewendung, Bro. What the fuck, dude? Und wie war das H-I-I-T? Oh, dude, das war ziemlich easy, Bro. Also, heute nach dem Aufstehen, beziehungsweise jetzt immer noch, haben meine Beine wirklich gar nicht wehgetan. Und mein Rücken? Au, überhaupt nicht, Bro. Also, ich fühle mich super, Bro. Ich habe mich wirklich wie eine Eins gefühlt danach. Ich denke, ich wäre fast gestorben danach. Das war das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Okay, das ist jetzt ein bisschen risky, was wir machen, aber scheiß auf. Ich will Barty ein bisschen leveln. Deswegen, Bro. Cindy hat richtig nice Kalorien, arme Muffins gemacht. Das ist einfach kein Zucker drin. Ich meine, so nice. Also, gut, da ist ein Silatbeeren drin, also da von denen, die haben halt Zucker, ob hier ist. Okay, Baba mäßig, dann würde ich sagen, heilen wir kurz. Oh, mein Gott, Digger. Ich wünsche, wir hätten sowas gefangen vorhin. Alter, junge, Lorblatt, auch geil. Komm, wie dann? Bring rum mit Vieh. Ich specke gerade auch 5 Kilo ab. Äh, Reelto, so Gewicht juckt mich gar nicht. Obwohl, ein bisschen, aber mir geht es mehr so um dieses Mentale so. Ich habe das Gefühl, wenn ich so einmal die Woche mindestens Sport mache, dann fühle ich mich weitaus besser, als wenn ich keinen Sport mache. So mental halt. Und das ist halt nice. Weil das ist der Vergleich mit Basti heute Abend wahrscheinlich. Oder morgen dann, mal gucken. Oder übermorgen. Genau das, wenn wir mit Wasser trinken. Auf jeden Fall. Beppelift is you. Aber pok, dass es geklappt hat. Erste Dono BTV Beppel. Das ist so. Oh ja, das ist ein... Oh ja, das bin actually ich, ja. Ja. Ich habe Reddit früher gefragt. Hier, hier, pass auf, pass auf. Leute, das habe ich voll vergessen. Ich habe vor 5 Jahren auf Reddit gepostet. Ha, dude, what the fuck. Ich habe einen Tweet gemacht. Twitch for a living. Ich habe vor a living geschrieben, du fucking Idiot. Und dann habe ich geschrieben, hey guys. At the moment, I have a big issue with my job career. First, I am professional live streamer von... circa, habe ich geschrieben, oh fuck, ich glaube, das glaubt man nicht so im Englischen. One year now. And since then, I get over 1k view every day. If I could spend more time into streaming, I definitely would get bigger than I am now, but I'm studying at the same time. At the moment, I could start a living out of Twitch money, but what if the Twitch hype is over in some years? I know that it's my own decision, but what do you guys think about? Twitch as a job? Yes or no? Sorry for my bad English. Und dann haben so Leute geschrieben, was sie denken. Bro. Und heute bin ich hier, Jungs. Bro. Let's go, chat. Boo. Bro, ich habe nicht mal einen Upvote gehabt. Und ich habe selber sogar geupvote. Das heißt, ich habe jemanden gehabt, der gedownvote hat. Screw those, what if you've got only one life to live. Guck mal, wie viele Leute da was geschrieben haben. Voll nett, dude. Und ich glaube, nach dem Tag bin ich zu meinen Eltern gegangen und meinte, dass ich Streaming for Living machen möchte. Und dann hat meine Mama mir den Vorschlag gemacht, dass ich zwei Jahre Zeit habe, weil ich zwei Jahre jünger war als alle anderen in meinem Jahrgang. Und wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann muss ich studieren gehen. Zwei Jahre später war ich Millionär. Spaß. Nee, aber zwei Jahre später war es dann schon so 3000 Viewer oder so. Das war ganz ernst. Warum schreibt der Held der Steine? Oh, der Held der Steine hat mich gehostet, Bro. Danke, Mann. Danke für die 400 Viewer. Alter, wir haben gerade noch über Lego gelabert vor einer guten Viertelstunde, dass wir nächste Woche ein bisschen die Freiheitsstatus zusammenbauen. An alle Viewer vorhin Held der Steine. Ich grüße euch. Wir sind gerade im Follower-Mode. Aber ich grüße euch trotzdem. Wir haben hier noch das hier zu bauen. Und das werden wir wahrscheinlich nächste Woche bauen. Da habe ich ultra Bock drauf. Sehr, sehr geil. Vielen Dank für den Host. Dickes, dickes Papa Ellen Chat, Freunde. Bro, ich habe heute gesehen, ich glaube, der Held der Steine hat auch auf YouTube gestreamt, 5000 Viewer oder so. Richtig krass wurde mir auf meine Startseite vorgeschlagen. Geisteskrank. Richtig nice. Oh, Joe, freue mich extrem. Ja, ich weiß, YouTube-Streams, dude. Aber trotzdem krass. Oh, Gott, ist das ein Legendary? Ja, geil. Wir können es nicht fangen. Ja, das ist Domo. Ey, wenn der mich jetzt, wenn der jetzt, oh mein, macht der Field Damage? Nee, oder? Gern shit on, kid. 1,6% oder so. Ach so, wir können ihn eh nicht fangen. Laut Regeln dürfen wir den nicht fangen. Also, falls ihr gerade eingeschaltet habt, wir spielen gerade eine Pokémon Challenge, die Nasslock Challenge, wo man nur das erste Pokémon, den ersten Encounter, den ersten Encounter, den man quasi, ähm, findet, nur den darf man fangen. Und wir haben hier schon jemanden gefangen. Deswegen, ja. Ach, fuck, ich wollte Basti leveln. Man, ich habe immer noch, ich habe immer noch V-Land als erstes Pokémon. Ich dachte, Legendary immer. Nee, nee, nee. Ähm, Che, wie heißen die? Nicht Legendary, sondern, äh, Shiny Pokémon. Shiny Pokémon dürfen wir immer fangen. Boah, alter, ich drehe jetzt Longy komplett auf. Boah. Boah. Boah, du, alter, Klimaanlagen sind ja shit. Ich spiele einfach von hier weiter. Leute, ich streame jetzt von hier, okay? Das hier ist ein bisschen chilliger, alter. Boah. So, jetzt. Basti, du bist dran. Oha. Yo. Sorry, dog. Er hat einfach einen Rayquaza. Ach so. Weißt du, so ein Billo dreht aus so einer Höhle einfach. Holy shit. Bitte one-shotten. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Bitte one-shotten. Oh. Holy fuck. Boah, der hat aber Ultra-XP gedropped. Holy shit. Alter, parten zwei Level ab. Nice. Boah, das war knapp, holy shit. Ach nee, dicker. Mann. Ja, ich flüchte einfach, oder? WLAN stirbt jetzt. Ich sag mal, es wäre egal, aber es ist nur WLAN, aber trotzdem. Ja. Okay, safe, freude, wir sind nicht hops gegangen, Alter. Also, falls ihr es noch nicht kennt, wenn ein Pokémon stirbt, dann müssen wir es halt wegpacken. Alter, jetzt, wo ich gerade so die ganze Zeit im Stream stehe, äh, im Stehens-Streamer. Hey, ich glaube, ich sollte mir so ein Stehens-Streamer holen. Ich stehe mir das voll geil vor, mal zu stehen beim Streamen. Das ist voll geil, bro, no joke. Und ich sollte nach Madelea ziehen und mich vegan ernähren. Nee, aber real toll, das ist wirklich voll nice. Wie teuer sind solche, solche Tische Jungs? Sind die teuer, oder ist das in Ordnung? 400 Euro, ja, sowas würde gehen. 500 Euro, ja, das ist in Ordnung. Ich hätte jetzt so 1000 aufwärts gedacht, um ehrlich zu sein. Also, gibt es wahrscheinlich auch, ne, aber... Äh, neid, die, die, die 300 Bits, by the way. Vielen Dank, Mann. Bekommst du ein Kind, oder woher die Plauze, bro? Mach nicht den, Alter. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir smashen mal die erste Arena, wa? Wir packen mal Barty an den Anfang. Ey, ich bin echt zufrieden mit unserem Team gerade, no joke. Ich finde, wir haben eine gute Varietät von unserem Team, so. Das ist gut, Jungs. Gefällt mir. Wait, es gibt Ikea-Tische davon. Okay. Will man doch jetzt noch einen Magnus-Sohn haben. Ja, true. Oder die Lumanda, bro. Geiles Team und für einen entspannten Sonntags genau das Richtige. Mit besten Grüßen von Hanfbucht unterstrich.de. Nein, wir die 5 Euro, bro. War das gerade ein eingebautes Placement in die Donau? Frech. Jo, Panda-Pro, Marc, Frosty, Quinn, Fantastic. Nini und Nera, danke für den Support-Bus. Danke, Mann. Oh, Barty-Level ab vielleicht? Ah, ne. Schade. Okay, wir sollten jetzt schon in der Neuest... Oh, warte mal, ist das hier... Ah, das ist erstmal Ärztling, okay. Okay, der Bruder führt uns jetzt erstmal rum, ne? War das so? Warte mal, mussten wir den jetzt direkt fighten oder ist das nur labern? Egal, wir werden für beides gewappnet, denke ich. Okay. Ah ja, wir mussten zum Arena-Leiter in die Höhle oder so, war das, ne? Wo ist denn hier das Pokémon-Center? Jo, Janik, danke für den Sub-Bro, King-Kuhn. Danke, Mann. Hast du nochmal von vorne angefangen? Ja, aber auch einfach nur aus Spaß. Weil bei der Challenge zu verkacken, ist halt relativ impossible. Gerade wenn der Gegner einen Palkia hat. Ich meine, ein Palkia hat zwei Level über dir, Bro, ist fucking easy zu killen. Oh, das ist eine neue Route. Wie viele Poké-Bälle haben wir? Wir kaufen noch welche. Damn, son, where'd you find this? Nur 40 Euro Top-Donation geht's euch noch gut bei Porage. Ich will hier mindestens 110. Bro, du. Dickes Papelentscheid für Shaco, Bro. Für die 45 Euro Top-Donation, dude. Dickes Papelentscheid. Bro, nur 40 Euro, dude. Oh, man, nur irrelevant ist, fuck. Danke, buddy. Dickes Papelentscheid, no joke. Donating to a rich guy. Vor allem gesagt, dass du Droppings mit einem 3-Jahres-Sub. Bro. Danke für den Support, Chad. Dickes Papelentscheid für Shaco. Und wünsche mir Glück, dass ich hier irgendwas Stabiles bekomme. Würdet ihr sagen, es ist besser als Panko? Nee, okay, dann brauchen wir uns nicht fangen. Ja, dann weg damit. Ich weiß nicht, ob Panko den wegfetzen kann. Ich glaube, Pflanze ist sehr effektiv gegen Wasser, ne? Okay, das war ziemlich dumm dann. Oh nein. Das war super dumm. Trash. Achso, ich wollte eigentlich wechseln. Okay, missklick. Okay, Bro. Wir haben die Route geblowt, Freunde. Paper Hands. War hier nicht ein Item noch oder so? Ah ja. Wenn dir jetzt kommt irgendwas Sinnvolles. Wait, what the fuck? Das ist doch Kings Sohn, oder nicht? Äh, nee, glaub nicht. Inkognito ist mega Schmutz. Gab's Inkognito nicht irgendwie so in mehreren verschiedenen Arten und Formen und so? Ich glaub schon, oder? Oh, warte mal, Metallmantel. Das wäre doch sicherlich richtig gut gewesen. Für den Mappen-Zone. Oh man, dude. Fuck. Ach, man. So ne Scheiße, Dinger. Ah, ich glaub, Mogelbaum wär auch Trash gewesen, oder? Ich glaub, wir kriegen hier allgemein nur Trash-Pokémon-Tumionis. Damn, son. Where'd you find this? An die WOT-Mates-Suche, welche für ein 5-versus-5-Turnier-Tier 10, heute 21 Uhr. Bin auf dem TSM-Andere-Games-Channel 1. Oh, und falls jemand von euch World of Tanks spielt, meldet euch. Danke für die 10 Euro, Bro. Delete Twitch. Metallmantel sind, glaub ich, 7500. No way. No way. 7k wär geisteskrank. Never. Ich hab' bemerkt, dass obwohl dieser Bach durchschnittlich im Moment Flash Game wurde geteilt worden und vom Fosser-Bot besser ist. Perfekt. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Bro, wo ist ein Archeois hin? Bro, ich hab's einfach weggegeben, weil's einfach nicht gebockt hat. Das war einfach zu einfach, weißt du? Ich hab' gesagt, ich gebe dir 50 Poké-Dollar. Danke, Buddy. Würde ich, also... Ich sag mal, das ist eine kleine Differenz zwischen 7500 und 50. War auch ein GameStop. Achso. Achso, ja, das wird's gewesen sein, Bro. Wo man mit so 40 Pokémon-Games hinkommt und die dann so... Ja, wir können ihn dafür 3 Euro bieten. Jawohl. Danke, Bro. Oh, Freunde. Neue Zone. Neue Zone. Oder nee, eigentlich keine neue Zone, oder? Die Ärztling-Mine war schon die andere. Die ist auch so. Oder? Oder übel ich mich? Ist das eine neue Zone, oder nicht? Ist eine? What the fuck? Wer ist er? Krippurg? Das ist sehr gut. Okay, krass. Das hat keine Schwächen. Okay, Baba. Was ist denn gegen, äh... Gegen meinen Barty sehr effektiv, eigentlich? Wo muss ich denn aufpassen? Ach du Scheiße, was mach ich denn jetzt? Try ich einfach direkt schon? Pflanze. Okay. Ja gut, Pflanze und Elektro, obvius. Pflanze, Kampf, Elektro. Okay. Gegen Barty ist Gillette gut. Boah, Sammy, Alter. Wir sollten dich entmoden. Oh, Mann, Alter. Oh, maybe? Oh, nice. Okay, wir brauchen einen Namen dafür. Wir brauchen einen Namen für diesen, für diesen Mann. Dann ist Sammy, ja. Komm, why not? Let's fucking go. Sammy. Ich glaube, Sammy schreibt immer mit Doppel-M, oder? Naja, wir haben jetzt Sammy, dude. Ah, nee, 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 nee. Man schreibt ja auch. Man schreibt ja auch mit einem M. Alright, easy. Naja, Sammy ist so useless wie ich. Wait, what? Slashgate? Nein, das Pokémon ist echt gut. Wenn dir jetzt irgendwas, was noch weitaus sehr mehr sinnvoll ist. What the fuck? Was bist du, Alter? Ist der Kostüm schon vorbei? Ja. Ach du Scheiße, Barty hat sich verliebt. Oder mach nicht den, Alter. Volltreffer, Bro. 7 HP. Lost. Leniken. Iconic. Blackmat. Wildkröte. Louis. Nye. Juan Luca. Und Finske. Lange für die Subs, Bros. Okay, warte mal. Wir gucken mal kurz in den Basses-Stream rein. Nicht nur mir, sondern auch den Zuschauern lieb, weil wir sind trotzdem noch hier, um halt mehr oder weniger einfach einen normalen Livestream zu haben und nicht 8 Stunden Fußball-Tor. Deswegen, meine Damen und Herren, kommen wir zum Programm. Bro, er ist übertilt. Hier geht es weiter mit unserer Snake-Challenge. Wir werden ab 20 Uhr mit den Jungs. Mit auf jeden Fall Stegi und Fabo. Er ist so tilt. Und Karl weiß noch nicht, ob er sich dann später um 20 Uhr fit genug fühlt, um dann mitzumachen. Und auf jeden Fall ist es auf jeden Fall die Dreier. Die Trio-Konstellation ist auf jeden Fall am Start. Und dann müssen wir halt gucken. 20 Uhr. Was wir ansonsten mehr oder weniger jetzt in diesem... Er ist übertilt. Safe. Aber ey, verständlich, Bro. Real Talk. Wer wäre da nicht tilt, Alter? Ich meine, imagine, eure Lieblingsmannschaft könnte aufsteigen und verkackt dagegen so ein Lofa 1-5-1. Boah, Deger. Der arme, Bro. Wer war das Wort bei Pilaf? Scroo, danke für die 3. Ich geschafft. Ja. Hi, Basti. Dennis hier. Hast du die Granate heute von mir gesehen? Hab mich lange nicht mehr überein. Tor von mir so sehr gefreut. Bin immer wieder gerne in Hamburg. Wisst ihr, was das Ironische ist? Und jetzt sag ich euch... Ist es ein Fußballspieler vom Gegenverein? Der Tore geschossen hat? Ich habe... Ja, das ist einfach noch das Lächerliche. Ich habe... Ich lehne jegliche Art von Glücksspiel ab. Und ich sage euch... Nein, er hat Geld gesetzt. Macht es nicht. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich wirklich einfach gesagt habe... Oh nein. Warte mal, wie konnte man nochmal den Wort weitergucken? Hier. Er hat 9 Jahre beim HSV vorher gespielt. Oh mein Gott. Selbst wenn es irgendwie in die Relegation gegangen wäre... Bremen ist zu stark. Und wir hätten in der Relegation es so... Dennis hier immer... Das ist einfach noch das Lächerliche. Ich habe... Borg. Wisst ihr, was das Ironische ist? Und jetzt sage ich euch... Ich habe... Oh nein. Das ist einfach noch das Lächerliche. Wie viel Geld hat das jetzt? 100 Euro? Ich lehne jegliche Art von Glücksspiel ab. Und ich sage euch... Oh scheiße. Macht es nicht. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich wirklich einfach gesagt habe... Heute, letzter Spieltag... Ich nehme mein restliches Typico-Guthaben, was ich noch so habe... Und werfe das einfach. Einfach rein. Das Ding ist... Oh nein. Ich habe einfach mit diesem Tor sehr viel Geld verdient. Und das ist halt immer noch so eine... Das ist noch so eine komische Kombination. Oh, er hat Plus gemacht. Aber ich weiß nicht. Es ist... Ich habe... Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe auf Tor Diekmeier plus Tor Sven Schiplock sehr viel Geld gesetzt. Okay. Und Schiplock hat nicht getroffen, aber der wurde gar nicht erst eingewechselt, weswegen der Schein gekommen ist. Und... Ach, ist das so? Wenn der nicht eingewechselt wird und gar nicht Tor schießen kann, dann zählt das dann trotzdem oder wie? Aber... Hat mir ehrlich gesagt nicht so viel gewonnen. Ich habe gedacht so, okay, ey, dann ist alles weg. Ich deaktiviere meine Account dann und dann... Äh... Nie wieder, aber... Wird dann als Eins gewertet einfach. Ach so, also bringt dann nichts quasi. Ist so, als wäre es gar nicht dabei gewesen so. Ah ja, okay, das ist ja übelgeil. Okay, nice. Ich sage es euch aber trotzdem. Lasst die Finger von jeglicher Art. Okay, warte mal. Wie... Wie... Wie groß sind denn so die Odds für sowas? Also angenommen, Basti hat 100 Euro gesetzt. Hat er dann so 300 Euro gewonnen? Was ist denn so die Quote bei sowas? Ich habe keine Ahnung. Mehr? Würde so 7er-Quote sagen. 3 bis 7 so. What the fuck? Thor Diekmeier war eine 60er-Quote. Never, dude. Imagine, Basti hat 200 Euro gesetzt oder so. Das wären dann irgendwie 12.000 Euro. Never hat er so viel gewonnen. Imagine. Das war sein zweites Tor in seiner Karriere. Der Typ heißt Ninja-Tobben, Alter. Wilder Name. Hä? Wieso kann ich den nicht angreifen? Egal, scheiße. Schmutz, Digga. Ach so, es ist ein Trainerkampf. Ja, machen wir Rückkehr. Digga, wie kann ich dieses Pokémon überhaupt besiegen? Nur mit effektiven Angriffen. Und was ist effektiv gegen ihn? Sandsturm. Digga, what the fuck? Eis und Flug. Okay. Ja, Flug haben wir. Dann holen wir Twitter. Ja, Lutsch-Zip, Alter. Nice. Kamelot Level 14, Freunde. Bro, wir haben jetzt zwar unser Kamelot jetzt nicht so ultra-overlevelt, aber dafür haben wir wenigstens mal so richtig schön gleichmäßig die Pokémon gelevelt. Schaut euch das an, abgesehen von Banco, Dude. Aber Banco tauschen wir eh aus, denke ich. Wir haben hier, guck mal, 14, 10, 12, 11, 11. Das ist... Fällt mir sehr gut. Also, Fischkohler, äh, Mathis, Fox, Michi, Beniken. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, hol dir Sammy für Banco ins Team. Äh, ach ja, True, True. Ja, machen wir. Ach, Barty wird jetzt auch von dem Sandsturm getroffen. Was hast du denn für das Game? Ja, und was ist denn eine Scheiß-Attacke dann? Aha, der hat eigentlich viel XP gebracht. Nice. Wie fändest du ein VR-Pokémon? Weiß nicht, Alter. Könnte nice sein. Achso. Yo. Pimmelt hier einfach Kyogu rum. Es gibt VR-Pokémon. Wait, save. Ist in Arbeit. Okay. I don't know. Noch nicht von gehört, auf jeden Fall. Okay, oh, we'll get one-shotted pussy. Oh, nice. Body's level 12. Let's go. Okay, die Lara hat Vitalkraut gefunden. Warte mal, war das der geil, den wir anlabern mussten? Oh, Dicke, Mann. Yo, Ass. Kurs geht raus an alle Hamburg-Fans. Hamburg ist dabei. Ich bin so mad. Ich würde schwer in das gefangen. No joke. Auf Sidequests gibt es das schon. Ich weiß nicht, was Sidequests ist. Sidequests? Heut, hier. Ihr seid Pokémon-Fans und habt eine Oculus Quest und habt euch immer mal gewünscht, Pokémon in der virtuellen Realität zu zocken. Das ist... Das ist jetzt möglich mit Pokémon VR über Sidequests. Ich bin im Moment noch ein bisschen skeptisch, wie diese Anwendung funktioniert, wäre es aber so... Ähm, deswegen habt ihr jetzt den Anfang im Prinzip nicht mitbekommen. Genauso wie bei den ursprünglichen Pokémon-Teilen, ähm... Loll. Ist es so, dass ihr die Auswahl zwischen Blumanda-Wiesersack und Schmier hat und ich hab nicht jetzt, äh, wie damals bei meiner Version... In so einer Kampf-Arena können auch umherlaufen und haben hier an der linken Hand das Fight-Menü. So, und unser Squirtle, wir hatten gerade schon mal so einen kleinen Kampf, äh, ist noch angeschlagen. Und jetzt... Ach, guck mal, wir haben schon Water, äh, Watergang. Dann machen wir das. Nee, können wir nicht. Okay, dann tacklen wir. Sehen wir hier die Energie. Also es ist wirklich wie früher. So gut. Ja, wir müssten jetzt auch mal hier... Wir müssten jetzt mal gucken. Hier seht ihr nämlich, wie viele Poké-Dollar ihr habt. Und ein Poké... Ja, man. Vielleicht hätten wir auf der Route 1 ein bisschen mehr machen sollen. Ich geh, ich geh nochmal... Dude, ziemlich nice. No joke. What the fuck? Ist das von Nintendo direkt, oder? Wann mal wieder Apex mit Unger und Trimax? Äh, ich weiß nicht, ob die da so Bock drauf haben. Aber ich hätte mega Bock eigentlich mal wieder mit Apex. Nur ohne zu zocken, es gibt jetzt auch Doom-Mode, bro. Das hab ich mit Karl gespielt. Das war mega nice. Boah, Digga, Alter. Müde, ich geh gerade anders rein. Ich weiß gar nicht, warum. Beim nächsten Place wird er es wieder. Ja, Mann. Du sagst es, Kumpel. Boah, mir ist gerade ein bisschen Wasser von meinem Gesicht auf meine Brust in meinen Schritt gelaufen. Was? Die haben jetzt Doos gefühlt 500 Jahre nach Release? Äh, actually, true, dude. Keine Ahnung, warum die das so spät gemacht haben. Das Game hätte so ein weitaus größerer Erfolg werden können. Das ist die richtige Sportart. Die könnten ja mal sowas wie rhythmische Sportgymnastik oder so probieren. Pepe Lefty Time. Achso, und Pogo, 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 Pogo. Toxic, danke für die drei, Bro. Und, äh, kurs geht raus an alle Hamburg-Fans. Zweite Liga, Hamburg ist dabei. Bro. Okay, er flext jetzt rum, dass er hier das kaputt machen kann. Bla, 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 bla. Okay, er flext jetzt rum, dass er hier das kaputt machen kann. Oh, Schwester, ich habe da Schmerzen in der Leistengegend. Kannst du dir die mal anschauen? KvR Mega Noise. Oh, Mann, Alter, no front. Da, über die VW, oh, buddy. Wenn du Kyogrel jetzt in einem neuen Ort encounterst, darfst du ihn dann fangen? Wenn es das erste ist, was ich encounter, dann ja. Ha, Mogelbaum bringt Ultra-VXP, nice. Oha, warte mal, Frostbeut ist, glaube ich, gut, oder? Frostbeut ist eine Eis- Mach ich gegen Heuler, glaube ich. Rollangriff für fünf Runden. Bei Erfolg nimmt die Stärke zu. Hört sich Baba an. Du bist im neuen unsympathisch-Video? Oh, boy. Bitte nicht, Sascha. Ist es was Unangenehmes, Freunde? Apropos Nico, was hältst du von der Nico-Tim-Zek-Plus-Thematik, Bro? Dude, eigentlich habe ich nichts mitbekommen. Also, ich weiß nur grob aus der Erzählung von dem Homie, worum es geht. Also, okay, pass auf, wir haben in der letzten Stunde drüber gesprochen. So viel wie ich weiß, hat dieser Guy von Zek Plus, der CEO, so ein Video gemacht, dass Tim korrekt wäre, aber Nico ihn irgendwie abgezogen hätte und irgendwie fake ist oder so. So wurde mir das erklärt. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber so wurde mir das erklärt. Und dann hat Nico und Tim so ein Gegenstatement gemacht, wo sie irgendwie gesagt haben, dass... Oh, Ticker, Alter. Junge, ich habe Rhys tot gesehen. Ach du Scheiße, Bruder. Hey, Daddy, mein erster Link via Donation seit 42 Monaten, Sub. Puh, Dude, das war knapp. Heil doch mal, ja, machen wir gerade, Bro, wir sind auf dem Weg. Darf die 10 Euro, Buddy. Was ist das, ein Clip? Optional. Food on the floor, fair game. Naps, yes. We cannot stress this one enough. Dogs full of love deserve food full of goodness. From Kennedy. Irony, you're very sharp. I own the pizza place. Wait, what? Optional. Food on the floor, fair game. Naps, yes. We cannot stress this one enough. Dogs full of love deserve food full... What the fuck? Jetzt erzähl es weiter. Ja, Bro, ich will jetzt hier auch nicht irgendein Halbwissen rausknüppeln, Alter. Weil ich habe halt wirklich nur so... So ein bisschen was gehört. Warte mal, hat irgendwie... Ja, komm, warte mal, weiter. Wisst ihr, Freunde, es gibt einen Menschen, der in solchen Tagen nie versagt. Nee, willst du mir sagen, dass Herr Newstime dazu nichts gemacht hat? Das ist doch ein Joke. Es gibt kein Video dazu von Herrn Newstime, Bro. Hey, sorry. What the fuck? Mann, gibt es irgendwer, der so... Ich wünsche, es würde so Leute geben, die so einen stabilen Beef auf so fünf Minuten runterschneiden. Guck mal hier, Karl S. über die Trennung von Zegplus und Inscope. Baba. Ja, Leute, ich habe es vorhergesehen. Matthias Clemens, Zegplus versus Tim, Gabel und Inscope21. Die zwei geldgeilen Snitches haben zugeschlagen. Und ich wusste, dass die sich auch irgendwann mal verstreiten werden. Denn der Grund, der Grund, der Hauptgrund, warum die damals von mir wechseln, ist, weil sie einfach mehr Kohle wollten. Okay? Und ich werde meinen Twitch-Channel damit eröffnen, indem ich ein zweites... Nein, Dicker. Oh nein, Dicker. Bro. Ach, wirklich, es ist halt inzwischen wirklich schwerer, jemanden zu nennen, der nicht streamt auf Twitch. Doch. ...drei-stündigen Stream mache und mir das Video von Matthias Clemens reinziehe, von dem ich außerdem immer schon Respekt hatte. Und ich hatte nie ein Problem mit Zegplus oder mit Matthias Clemens. Ich weiß einfach, dass die beiden Jungs ihn angelogen haben. Die haben ihm irgendwelche Lügengeschichten über mich erzählt. Und deswegen ging er dann eben auf mich los. Aber ich hatte nie ein Problem mit ihm, nie ein Problem mit Zegplus. Und ich werde mir das dann richtig schön reinziehen, Leute, und dann dazu einen Twitch-Stream machen. Das hört sich doch geil an, oder? Und nochmal zwei... Geht so, Kumpel. Und die zweite große Enttäuschung des Abends. Die Munich Watch Snitches, wie ich sie jetzt nenne, ja. Da posten die doch tatsächlich ein Bild von mir, wo ich zwei echte Uhren an habe. Ich werde die Uhren nachher noch kurz zeigen. Da habe ich zwei echte Uhren an und sie posten mich auf einer Uhren-Buster-Seite. Jungs, ihr hattet echt eine Credibility, die habt ihr jetzt verspielt. Hier nochmal kurz für die Munich Watch Snitches. Aber vielleicht seid ihr ja so inkompetent, dass ihr nicht mal erkennen könnt, dass es jetzt zwei echte Uhren sind, die ihr gepostet habt. Ihr Fake Snitches. Ich sag mal, es geht zwar wirklich 0% um den Beef, aber wir haben nichts daraus mitgenommen. Aber es war trotzdem ein lustiges Video. Perfekt. Weiter geht's. Die Munich Fake Snitches, dude. Die guten, Bro. Oh, shit, kein Bock. Aber danke für den Vorschlag. Danke. Oh, hier ist Provence da. Wo ist denn euer Problem mit legendären Pokémons gerade beim Windkraftwerk gefangen? Bro, duuut. Let's go, let's go. Not bad, dog. Not bad. Holy shit. Geht's her, man. Beep, 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 beep. Beep, beep. Wie könnt ihr diese Challenge spielen? Ähm, mit einem Emulator, Bro. Vorher, das sagst du, wie du können wir uns gleich einziehen, wenn ihr möchtet. Hab ich Bock drauf. Ähm, achso, wir mussten jetzt zur Arena, ne? Denkt ihr, wir können einfach schon in die Arena gehen, eigentlich schon, oder? Eigentlich soll das ja kein Problem sein. Ich glaube, wir können sogar mit Camelot auf Save. Ich glaube, es ist ziemlich smart, wenn wir auf Save die Arena kurz machen. Es traut sich keiner da was zu sagen, weil der Typ von Sitzplus gesagt hat, er FCKT jeden, der was Falsches sagt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man wartet da einfach ab und lässt die einfach machen. Ihr Pogo wisst Pogo, das Pogo. Ihr Pogo mit Pogo. Dem Pogo befehlt Pogo. Papapuas Pogo. Ein tausend Papapuas Pogo bekommt. Ja, die danken für die 10 Euro, buddy. Vielen, vielen Dank, man. Ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen unnötig, wenn dann Leute, die dann einfach wirklich null im Thema drinstecken, da irgendwas dann zu sagen. Deswegen, ja, hatte ich einfach mal im Maul. Ach, misslegt, dude. Wir warten einfach ab, Freunde, wie sich das alles ergibt, was da so passiert. Und dann gucken wir. Alright, sag tschüss zu Banco. Banco kommt auf die Loserbank. Banco kommt auf die Banco. Max, ich bezahle dich im Monat. Bitte, lass es einfach. Danke, Bro. Oh, Mann, Alter. Okay, ich würde sagen, wir leveln auf safe noch ganz kurz. Wie haben wir ihn nochmal genannt, Freunde? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, Sami, genau. Ich weiß nicht, ob er den alleine fighten könnte. Nein, warte mal. Blutsauger ist sehr effektiv. Okay, das bringt doch level 7, oder? Naja, okay. Nehmen wir. Keine Schwächen. Achso, warte mal. War das nicht das Pokémon? Achso, lol. My bad. Ich dachte gerade, das war das Pokémon, was nur angegriffen werden kann, wenn es sehr effektiv ist. Aber das ist verwechselt das gerade. My bad. Wait, dann ist aber Sami halt wirklich voll OP, oder? Aber warte mal, Finte. Was war denn Finte nochmal? Ist Finte gut? Zieht Gegner heran und entwaffnet ihn. Ein Treffer ist gewiss. Es war aus Versehen, Chat. Alright, es war aus Versehen. Bro, ist ja übertrieben OP. Tackle hat auch keine... Also, weil es ja ein Geist ist wahrscheinlich, kann man ihn nicht mit Tackle angreifen. Digger, Sami ist ultra OP. Wir müssen ihn unbedingt levelen. Holy Shit. Gestern hat mich die Freundin eines Kollegen auf einer Party geküsst, nachdem er sie dort sitzen lassen hat. Sie hat geweint, hat dann mit ihr geredet und dann kam eins zum anderen. Hab ein schlechtes Gewissen. Was würdest du tun? Du... Oh Mann, Alter. Du musst mit dem Homie reden, Bro. Und ihm das sagen. Direkt. Wenn es nicht über dich erfährt, sondern über jemand anderes das Ripp. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Bro, ich weiß nicht, was man in so einer Situation macht, weil ich mich persönlich nicht in so eine Situation bringen würde. Also, ich weiß, dass es jetzt so ein bisschen vorher steht hier, aber... Ist halt einfach so. Also, weiß ich nicht, aber er ist unlucky, Bro. Imagine, es schaut gerade jemand zu, der einen besten Freund hat und der sitzen gelassen wurde. Äh, nee, der seine Freundin gestern sitzen gelassen hat. Und er denkt sich jetzt einfach nur so... Dude, what the fuck? Unlucky ist nett gesagt. Ja. I don't know, was soll ich sagen? Yo, Dynamics, du Hurensohn. Sind leider nur drei Euro, aber ich hoffe, du kannst dich trotzdem ein wenig freuen, Sarge. Äh, Domi, alles cool. Danke für die drei Euro, Bro. Heute, bitte habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr mir wenig donatet. Wenig donatet. Das sind drei Euro, Bro. Das sind fucking Döner. Ihr hättet euch eigentlich was Sinnvolles damit kaufen können, was zu essen. Das Ding ist, Dynamics, das kommt auch so ein bisschen drauf an, ist es jetzt so gewesen, dass... Ja, gut, eigentlich ist es egal, wie es war. Auch selbst wenn es von ihr gekommen ist, dann hättest du als guter Kumpel sagen müssen, Bruder. Laschstaken, Alter. Also, ich sag mal, es ist mehr Snitch-Aktion von der Alten, aber... Trotzdem nicht cool. Nice. Semi-Level-10, boys. Der Slap-In-Simulator. Basti's chat ist die ganze Zeit im Sub-Mode. Bro. Dude, aber ey, Realtalk, wenn ich Pokémon gucken würde, wenn ich Fußball gucken würde und hätte eine Lieblingsmannschaft und die wären so richtig schlecht an dem Tag gewesen und hätten dann irgendwie so einen Aufstieg verkackt. Digga, mein Chat würde mich auch den ganzen Tag abfacken, Bro. Ich glaube, ihr würdet mich wahrscheinlich noch mehr abfacken als fucking Basti's chat Basti abfacken. Ist doch lustig. Also, ich fand meine Dono mit Dennis gut. Ja. Passt die wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, die Freundschaft ist durch. Ich meine, du würdest ja auch nicht verzeihen, wenn einer was mit deiner Freundin hat. Ich sag mal, es kommt drauf an. Also. Okay, sagen wir mal, guck mal, guck mal. Sagen wir mal, man chillt jetzt auf einer Party und dann kommt die Alte an und macht so. Und du sagst so, Bro, what the fuck? Ja, was soll die Scheiße? Und du gehst und erzählst es deinem Homie. Und das kann niemand beschädigen, dass es so war. Dann wäre ich nicht mad. Dann würde ich sagen, ja, fick die Alte. Scheiß auf die. Was soll, was soll der Scheiß? Und weg damit. Acting 10 auf 10. Na, ihr wisst, was ich meine halt. Also so, wenn es halt so von ihr aus kam und der Guy direkt gesagt hat, ja, Bro, what the fuck? Und man konnte das halt nicht dodgen oder so. Pff, one shot, dude. One shot, Andy. Bro, es ist voll nice, es an mir zu leveln, dude, weil der gegen alles nicht effektiv ist. Das heißt, ich brauche gar nicht gucken, was ich mache. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice trotzdem, oder? Oh, nice trotzdem, oder? Man muss für Koch gemacht sein. Aber ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, dann ist, glaube ich, Koch auch sicherlich was ganz Nices tun. Why not, Bro? Außerdem, dude, du kannst ja die Ladies damit beeindrucken. Bro, Frauen stehen da drauf, wenn du kochen kannst. Easy. Außerdem, guck mal, du kannst dann entertainen und Koch sein und kannst dann ein Restaurant aufmachen, wo du Leute entertainst, während du kochst. Weißt du, wo du irgendwie so an der Theke stehst und dann, wo man so... Kennst du dieses Live-Cooking? In so teuren Restaurants, wo die Leute dann immer so drumrum sitzen und der Koch zu der Mitte? Das kannst du machen. Nur, dass du das auch noch lustig bist. Und irgendwie so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, genau. Ich weiß nicht, was du gemacht hast auf diesem Kreuzfahrtschiff, aber vielleicht hast du ja sowas gemacht, wie so Aqua-Gymnastik mit Rentnern. Dann könntest du so Aqua-Gymnastik und gutes Essen in einem Shop verkaufen. Weißt du, wie ich meine? Dann holst du die Rentner dahin. Dann machst du so einen Deal mit so einem Altersheim oder so. Dass die dann immer die Rentner dahin schicken. Dann können die da Aqua-Gymnastik machen, dann was essen. Und du verdienst beim Aqua-Gymnastik und beim Essen. Und Rentner wird es immer geben, Bro. Das heißt, du hast ausgesorgt dann. Holy shit. Das ist ein Business-Case hier. Ewiger Kreislauf. Die nehmen nie ab. Ja. Das ist ein Unlimited-Money-Glitch hier, Bro. Warum ist Kevin nicht bei Tesla zu smart? Apropos Tesla. Max, sorg mal dafür, dass ich die Tesla-Aktie erstmal um 50% oder so... Also, dass sie um 50% droppt. Das wäre wirklich Killer. Ich habe alle meine Tesla-Aktien verkauft. Als es bei einem All-Time-High war. Und jetzt hoffe ich darauf, dass es droppt und ich nochmal reinkaufen kann. Mit noch mehr. Das wäre super sick, Dude. Okay, Freunde. Semi-Level 12. Sehr, sehr geil. Ich denke, das reicht. Ach, Digga. Beim letzten Fällen. Ach, fuck, Digga. Schmutz. Frag Elon einfach nochmal, ob er einen Tweet machen kann. Ja. Digga. Elon Musk hat einfach getudert, dass er denkt, dass die fucking Tesla-Aktie zu hoch gevalued ist. Digga. Du kannst doch nicht als CEO von der fucking Company, die an der Börse ist, schreiben, Bro, ich finde, unsere Aktie ist zu hoch. Digga. Genial, der Typ. Die ist auch überbewertet. Ja, glaube ich auch. Er hat einen Tweet gemacht, um dann selber Aktien zu kaufen. Ich meine, vielleicht hat er es auch gemacht, der mit einem Homie von ihm Aktien kaufen kann. Ich glaube, das ist höchstgradig illegal dann. Aber... Why not? Okay, Freunde. Wir zerficken jetzt die Arena. Oh, geil. Ich bin so zufrieden mit meinem Pokémon-Setup gerade. Wir müssen unbedingt wieder noch loswerden und Twitter. aber mit Camelot, Reece, Barty und Savvy Job Giselle, Alter. Ich mache mal im nächsten Costream Montes Nudelauflauf. Was ist das? Ist das so ein Nudel-Bolognese-Käse-Überbacken-Auflauf? Oder... Ich bin nicht so der Nudelauflauf-Fan, muss ich sagen. Ich mag auch Nudelsalat nicht so. Also, Nudelauflauf kommt drauf an. Meine Mama hat mal sowas gemacht. Das war dann so mit Penne. Es war quasi wie so ein Nudel-Tomaten-Soße mit so geilen Zucchinis und Tee-Überbacken. Das war mega. Aber so... Wenn ich jetzt an so normalen Nudelsalat denke, da denke ich an so was anderes. An sowas. Ich bin gerade bei Regen in meinem Angebot und schaue deinen Stream Punkt 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 ist mega aus Heidelberg. Also sowas tönt mich gar nicht an. Und Nudelauflauf? Warte mal. Ja doch, okay. Das mit dem Nudelauflauf nehme ich zurück. Doch, doch, safe. So ein Tomatigen finde ich geil. Guck mal, sowas hier... Ja doch, safe. Sowas würde ich hundertprozentig feiern. Ne doch, nehme ich zurück. Das Nudelauflaufding sieht nice aus. Wie sieht Montes Nudel... Nudel... Dings... Äh... Montes Nudelauflauf. Moin Moin! Ich glaube, Rietzmann hat den nachgemacht und meinte, dass der mega nice war. Käse rein. Das zieht immer gut Fäden schon. Das mag ich persönlich ganz gerne. Muss aber niemand machen. Und jetzt, das allerwichtigste, die Soße. Oh, ja. Das wird köstlich. Das Ganze drücken wir dann gleich nochmal richtig platt, damit wir auch schön dicke Schichten haben. Die Auflaufforme ist auch nicht im Übrigen die größte, das heißt, ich werde jetzt gar nicht alles reinbekommen. Den Rest... ...werst der Käse, der normalerweise draufkommt. Okay, hier ist es so genossen. Oh, yeah, alter. Ich persönlich nehme immer noch Ketchup, in dem Fall nur Produktplatzierung, nämlich heller Gewürzketchup. Der schmeckt mir persönlich am besten. Das Ganze... Ne, Mann, Gewürzketchup feier ich nicht mehr so. Ich mag normalerweise schon mehr. Da werden wir jetzt rein snacken, lassen wir auch mal wieder schauen und rein auf. Ja, doch, der sieht schon ganz geil aus. Also ich feiere persönlich jetzt so viel Mais, glaube ich nicht. Also ich mag Mais, aber nur so... Es darf nicht im Vordergrund stehen, der Mais. Wisst ihr, was ich meine? So eine Chili con carne oder so, ist Mais geil, aber es darf nicht... Es darf nicht im Vordergrund sein, einfach keiner, wie ich sagen soll. Hi, Baby. Was ist los? Na so? Haben wir noch so ein Getränk, was wir uns gestern gemacht haben? So mit so... Mit so Dings? Nein. Mein Vater rasselt aus, wenn er etwas Anständiges kocht und man darüber einfach Ketchup kippt. Durch Musik werde ich reich. Braha? Nein. Bra, wenn dann reiche. Ja, Bling macht die Kristallkugel. Fendi ist ein Seher. Hey, was für Deutschland? Wir werden Popstars in Korea materialistisch. Ernst oder lustig? Ah. Was ist auf dem Schlangenfang? Oh, nice. Stimmt, das hatten wir ja noch. Danke, Baby. Apropos Ketchup über Dinge kippen. Geil. Absurder Spezialist. Cindy isst Ketchup zu allem. Cindy macht sich so ein... Wir haben so... Wir kaufen manchmal so vegetarische Schinkenspicker und dann macht sie sich so... Brot. Ja, Brot, dann Frischkäse, dann Schinkenspicker und dann Ketchup obendrauf. Oder gekochte Eier mit Ketchup. Beste Lebens. Hätte vielleicht noch einen Trank kaufen sollen. Oh mein Gott, imagine that jetzt irgendwas krasses. Oh nein, ich hätte leveln sollen. Ich habe Angst. Oh nein, 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 nein. Ich habe Angst. Okay, das ist glaube ich nicht so schlimm. Den können wir one-shoten. Was ist das, Baby? Okay, das ist gut für uns. Das ist gut, dass der Trank eingesetzt hat. Mega gut. Weil wir können jetzt auch ein Item mehr einsetzen. Okay, wir haben nur einen Trank, deswegen scheiß drauf. Aber wir können auf jeden Fall... Wow! 540 XP! Holy shit! Okay, warte mal. Wir können Bodycheck erlernen. Ist Bodycheck nice? Aber auf jeden Fall. Also besser wahrscheinlich als Tackle. Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst verletzt. Oh, warte. Was mache ich dafür weg, Jungs? Tackle? Du musst aber echt aufpassen damit. Ja. Ich weiß eigentlich, wie viel Damage das macht. Also, wie viel Damage macht mir das selber? So 20 KP oder so? Chillen gerade bei Regen in meinem Angelboot und schauen dein Stream. Ist mega chillig. Grüße aus Heidelberg. Holy shit! Dude, big Flags, Alter. Hört sich sehr nice an, Bruder. Shoutouts. Danke für die 5 Euro, Buddy. So 10 bis 20 Prozent. Okay, ja, gut, das geht. Ja, ich bin nicht drauf eingegangen und habe dann ebenfalls die Party verlassen. Ich weiß, dass es meinem Kollegen sagen muss. Mag aber beide halt. Und möchte da keinen Stress verursachen. Ja, Buddy, aber dann... Weißt du, dann musst du mit deinem Homie... Weißt du, ist dir wichtiger, dass du die Alte da... Dass du weiter mit der Befreundet bist oder mit deinem Homie? Weißt du, da musst du da halt dann die Entscheidung ziehen. Also, ich glaube, ich würde es dem Homie sagen. Er hat sie doch eh gekorbt, WTF. Ja, true, aber I don't know. Das ist irgendwie strange. All right, Boris. Wir haben die Arena geschafft. Let's get it. Oha, 1600 Dollar hat er gemacht. Nice. Boah, Bruder, da wird sich erstmal ein Trank gekopp von. Nice, Mann. Erste Arena, Jungs. Unser erster Run. Let's go. Wenn du einen Basketballspieler willst, komm zu mir, Kylie. Wir machen mal kurz die Mucke aus. Ich will einen Song hören. Oder zwei, drei Songs hören. Leute, das ist dann ist zu wild. Wie findest du Shambhalaya? Ist übel das geile Gericht. Noch nie gehört, Buddy. Ich habe immer Angst bei Sachen, die ich nicht kenne, dass dann irgendwie Shambhalaya an mein Cock kommt. No joke. Jedes Mal. Ich hoffe, dass es nicht so was ist. Real talk. Damn, Sean, where'd you find this? Bin an darauf gemächtigen Bunce. Er behe launisch. Dich dumm. Was ist los? Bitch, was ist los? Howell WTF. Danke für die 5, Buddy. Welches Pokémon soll ich anfangen? Lumia oder Raikou? Bin gerade im Ewigwald und kann gleich eins fangen. Welches Pokémon soll ich fangen? Lumia oder Raikou? Bin gerade im Ewigwald und kann gleich eins fangen. Okay, Lumia ist das Normale, ne? Ja, das kenne ich. Und Raikou, wer ist Raikou? Oh, Lumia, hundertprozentig. Lumia ist so viel cooler. Okay, warte mal, Freunde. Können wir uns jetzt unser Fahrrad gucken? Wo war denn der Fahrradshop? Noch lange nicht. Achso, okay, aber ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht genau, wo wir hin müssen. Oh, nein, nein, nein. Oh, gut, Digga, die waren übel teuer. Oh, meint ihr, das war Worth? Oh, ich glaube, das war ein bisschen rausgeschmissen gerade. Naja, wir haben 10 Poké-Bälle. Sollte passen. Unten links. Okay. Warte mal, wir gucken mal kurz auf die Map. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Spar Geld, das gibt bei Super-Super-Bälle. Ja, also wir sollten wirklich immer so 10 mindestens haben, Bro. Vorsichtshalber, Dude. Hey, Kevin, hab was mit nem Girl, was vorher Kontakt zu nem guten Freund hat, aber er hat sie an sich nicht gut behandelt und er weiß nicht, dass ich Kontakt zu ihr habe. Soll ich es ihm sagen? Bin mega happy, sie kennengelernt zu haben, sind aber net ZSM. Ähm, I don't know, Lenny. Ich weiß immer nicht genau, also, ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, wie nah der Homey ist. Wenn es wirklich jetzt ein bester Homey ist oder so, dann weiß ich nicht. Immer wenn ich das Game sehe, sehe ich mich, wie ich das Game nachts heimlich unter der Bettdecke spiele. Eins in den Chat, bei wem das auch ist kleiner als drei. Immer so, immer. Immer DS unter dem Kissen versteckt und dann rausgeholt, wenn Muttern weg war. Ähm, das Ding ist, also bei mir war das früher auch mal so, dass ich halt, also mal, äh, ja, bei einer, also auf jeden Fall bei einer Ex-Freundin, ich weiß es gerade nicht, ich glaube, das war die, ja, ist auch scheißegal, auf jeden Fall bei einer Ex-Freundin war es halt auch so, dass die vorher mit, vor, aber vor ein, zwei Jahren oder so davor mit jemandem aus meinem Bekanntenkreis zusammen war. Aber das war so, mehr so ein Homey von einem Homey, wisst ihr, wie ich mein? Jetzt nicht direkt jemand, mit dem ich direkt was gemacht habe. Deswegen war es mir einfach scheißegal. Und in der Schule ist es eh immer Wayne, wisst ihr, wie ich mein? Weil, Bruder, weißt du, in so einer Schulklasse gibt es halt so fünf Mädchen gefühlt, weißt du, was soll ich da machen, wenn da jetzt schon in jeder Reihen gedippt wurde? Soll ich dann sagen, ja, nee, komm, Bruder, dann nehme ich keine, ich sterbe als Virgin. Fuck you, dude. Also da musst du ja in eine Reihen, da ist keine Wahl. Na, buddy, I don't know. Ich bin grad übel verwirrt, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Ach, warte mal, wir mussten in die Höhle und dann zum Trümmer benutzen. Und dann nach oben, ne? Okay, warte mal. Einfach den falschen Text donated per Copy-Paste-Lehr-Enter-Deine-Streams-Every-DPS. Liebe Chat und 187 ist die Straßenwand. Paul, danke für die 5 Euro, buddy. Kurz aufs Auge, man. Okay, wer ist unsere VM-Bitch? Wieland? Ah, Wieland. Let's go. Oder Twitter? Hat wieder irgendeine Scheiße, die wir wegnehmen können? Scanner ist doch Schmutz, oder? Check mal Reddit, sonst wird Dolmo traurig und ruft den Tierschutz an. Buddy, haben wir gestern gemacht. Video kommt morgen. Alter, mit Placement sogar. Boah, das ist, äh, ich will ein bisschen Placement Andy einfach. Wir haben gestern ein YouTube-Video gehabt, Placement. Nee, vor... Vorgestern. Nee. Gestern, ja. Gestern kam ein Placement online. Heute kam eine Insta-Story mit Placement an. Morgen kommt ein YouTube-Video mit Placement. Und dann kommt Dienstag eine Insta-Story nochmal zu NZXT, was ein Placement ist. Placement-Peter, Alter. Aber, was soll ich machen? Das ist halt zufällig so gewesen, scheiße. Siebenstelle ich diesen Monat. Warte mal, ist das neu? Ah, sag ich, die Scheißegal, weil den Typen will ich hier nicht sagen. Ah, ist eh nicht neu? Okay. Du hast dich verändert, das sagen alle. Bro. Ich habe mich auf jeden Fall verändern, Alter, aber ins Positive, würde ich sagen. Abgesehen vom Aussehen. Nice, so ein Kamelod-Level 16, Bro. Nee, aber Real Talk, ich... Ich habe mich sehr verändert, aber halt extrem ins Positive, würde ich sagen. Ich war übelst der Knecht, Bruder. Okay, what the fuck? Ein irres Gefühl. Oh, what the fuck? Wer ist er? Bro, der sieht aus wie Bambi mit Geschwür, Alter. What the fuck? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir switchen mal... Wahrscheinlich war das Shiny, niemals. Es war nicht wirklich Shiny. Shut up. Wir hätten es fallen können, da. Zeig mir einen Clip davon. Meint ihr, es ist worth Twitter noch zu läppeln? Warte mal, kann Schwalbos sich nochmal entwickeln? Ah, nee. Das ist eigentlich nicht worth, ne? Ich denke, da werden wir noch einen Ersatz finden. Dann wäre ich, glaube ich, lieber... Ah, ich glaube, ich würde ganz gerne noch WLAN und Twitter austauschen, um ehrlich zu sein. Okay, warte, wie heißt es? Damm hier, Plex. Okay, so sieht es normalerweise aus. Und so sieht das Shiny davon aus. Das Shiny davon ist grün. War schon das zweite GWW. Nee, war noch nicht, Bro. Das machen wir noch. Keine Sorge, buddy. Oh, Legendary. Bro! Oh mein Gott, ich wünsch da, Alter. The guy, you versus the guy she tells you not to worry about, Alter. Worry, oder? Ah, shut up, chat, alright? This is worry. Okay, sorry, dude. Yo, uh... Negish, danke für die Sex-Loot. Veni, coolest Monkey in the Jungle. Savage, Lufake, Toke. Danke für die Subs, vielen, vielen Dank, man. Wo geht es hier weiter, Bro? Ich bin übel lost gerade. Jetzt level ich doch Twitter, aber eigentlich ist es voll unnötig. Wir brauchen Twitter nicht. Zum Fliegen später. Ja, okay. Aber ich hätte lieber sowas wie einen Tauboga oder so. Ich glaube, ein Tauboga ist weitaus stärker. Ja, vorne da im Chat steht, was die Challenge ist, falls ihr sie gerade eingeschaltet habt. Twitter ist actually gut. Gibt es die Plattform oder das Pokémon? Ich glaube, dass Schwalboss ziemlich schmutzig ist, um ehrlich zu sein. Also, es geht halt. Könnte schlimmer sein, aber es geht besser, glaube ich. Chat, warum schreibt ihr Js in den Chat? Ich würde mich vorschreiben, alle L, jetzt schreiben alle Js. Ach, wegen dem... Oh mein Gott, wegen Inkognito. Bro. Dude. Oh, warte mal, Dunkelklaue. Das hört sich ziemlich gut an. Ist das gut? Eine Klaue aus Schatten greift den Gegner an. Die Volltrefferquote ist dabei sehr hoch. Kann das irgendwer von unseren Leuten verwenden überhaupt? Oh, wir könnten es Camelot geben, aber... Not sure of worth. Sammy kann es nicht erlernen, nur Camelot. Machen wir mal erstmal noch nicht. Camelot braucht nicht unbedingt eine Attacke gerade. Dicker, jetzt, ob jetzt wieder Arctus kommt. Bro. Warte, meint ihr, mit einem Superball haben wir die Möglichkeit, einen Legendary zu fangen? Wie viel höher ist die Chance mit einem Superball im Vergleich zu einem normalen Pokéball? Mal zwei oder so? 1,5-fach. Also ist die Chance dann so 4,5%. Ist nicht so nice. Das ist immer noch scheiße. Nice. Nice. Reese Level 13. Let's go. Sie werden so schnell erwachsen, Freunde. Bin ich gerade falsch? Ich bin übel los. Am Anfang, als du noch keine Pokéballs hattest, waren die wilden Pokémon da auch schon random? Ja. Aber die Challenge geht erst dann los, wenn du Pokéball hast. Wenn du keine Pokéball hast, dann darf dein Pokémon noch sterben. Und so. Erst wenn du Pokéball hast, beginnt die Challenge. Also am Anfang ist mein Starter-Pokémon noch immer gestorben und so. Das war nicht wirklich ein shiny Shut-up-Trap. Verdammt, Junge, wo hast du das gefunden? Ja, du kannst halt... Im Grunde ist es halt eine Challenge gegen dich selber. Du kannst die Regeln halt machen, wie du möchtest. Aber wir haben die halt nicht so gemacht. Hi, Kevin. Wollten nur Bescheid geben, dass Sascha dich wieder in sein Video gepackt hat. Los. Ich hab's schon mitbekommen, Bro. Wir gucken uns das gleich an. Dicker, Mann. Mann. Er macht nochmal Stress. Einfällt vor Ende, Alter. Jemand im Chat heißt einfach, bitte Werbung schnell. Okay. Hier, 60 Sekündige Werbepause. Tschüss. Bro, wisst ihr was ziemlich cool ist? Dadurch, dass wir jetzt 60 Sekunden Werbung schalten, haben die nächsten Leute, die in den nächsten 20 Minuten kommen, keine Werbung, wenn sie auf den Stream klicken. Sondern die kommen dann rein und brauchen keine Pre-Roll gucken. Das ist ziemlich cool, finde ich. Ich meine, wenn ihr Sub seid, habt ihr eh keine Werbung hier, aber trotzdem. Trotzdem cool, finde ich. Das ist ein cooles Feature. Ich finde, das ist gut gelöst. Warum ist Pog-O eigentlich noch drin? Mh. 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 Bitter. Mh. 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 den internet explorer ich hatte nur klopapierprobleme nach oben a hier ja ich erinnere mich gerade für die drei oder sie sind voll gemein also die sollen den opa in ruhe lassen oh mann alter hoffentlich hat er ein teil hier nidoran cooles pokémon bro ich war mal pulverschnee greift beide an das ist ja ganz nice machen wir das auch mal können beim gewinnspiel nur subs mitmachen wir machen 1 für subs gleich und 1 für beide also für alle meine h warte mal es gibt eine bestimmte chance bei pulverschnee das ist dieses punkt und einfriert ja morgen hatte aber und hallo dann für die drei ich ja ich würde jetzt nicht jeden tag in place und machen dass ich glaube das wäre zu viel to be honest ich glaube dass wir euch auch langsam auf den sack gehen vorne nein mach digga schön so raid shadow legends also jeden tag jedes video und dann mache ich immer so von 20 prozent vom erlös mannach giveaways boom win win mann wieder button habe aussucht bis zur jetzigen folge geschaut danke für die drei bei die beauty nörd können wir erst am dienstag weiter kommen also am dienstag warte mal mussten wir jetzt hier hoch gehen ich weiß es nicht mehr ja ne ah ja klar ja wir haben jetzt den trümmer genau ich glaube hier links könnte man nur angeln aber wir gucken trotzdem mal vielleicht noch ein item da oder so ja was ist mit dem wort von gestern passiert ich muss es oh haa ein flemmeli wäre auch krass ich muss es leider löschen ich habe mal wieder meinen hoden gezeigt gestern oh haa wait es blitzt gut es blitzt eine gute attacke nee ok oh free xp jungs nice hightailer bringt immer ultra 4xp oh haa wait es glaube ich mein most level pokémon alter ich muss mal langsam wieder switchen heilige scheiße level 16 einfach schon okay ich würde sagen dass wir dieses wies leveln obwohl wir leveln das ist sami die pokémon streams sind immer mega chill kleiner als drei ja man finde ich auch danke bro du hättest flemmeli fangen dürfen nein hätte flemmeli nicht fangen dürfen du äh stegi und ice ice yay danke man bro ich wie ich halt auch schon gesagt habe ich finde halt mit diesem pokémon challenge ist halt so nice die sind halt so so jeder kennt pokémon jeder versteht pokémon aber dadurch dass wir diese challenge machen ist es halt und mit diesem random auch noch das ist so dieses gewisse etwas was es halt irgendwie neu macht und so das ist tschau guise man kann halt übelst gut mit dem chat interagieren die ganze zeit das ist babamäßig aber es hat keine wirkung warte mal verfolgung dicker er setzt die ganze zeit heule ein bro uff alter 352 punkte nice easy level up äh kannst du dir auch vorstellen noch eine andere challenge zu machen was pokémon angeht chat meinte irgendwie zu mir dass es so eine koop challenge gibt die hat sich ganz nice angehört äh warte mal wollen wir hypnose eintauschen für irgendwas ich meine das ist halt ganz nice um pokémon zu fangen weil also das schläft halt pokémon ein ach ja ups misstlich die frage ist welcher attack ist denn hier trash api der letzten die noch schon tacken wir ja das weg damit kroll brauchen wir nicht okay der hat ist denn immer keinen effekt auf die dicker voll nervig Oh mein Gott Holy Shit Achso, also normale Attacken können Keinen Damage machen auf Geist Und Geist Attacken können keinen Damage machen auf Normal Oder wie? Okay, I see Ich wünsche, es wäre einfach irgendwo eingeblendet Was für eine Art Pokémon das Gegner-Pokémon ist Ich wünsche, er würde einfach stehen normal Ich bin immer zu dumm dafür Ich weiß es immer nicht Meisterball, Meisterball, Meisterball Meisterball, Meisterball Megablock Warte mal Das hier ist ein neues Gebiet, oder? Nein Wir skippen die Jungs mal kurz Ich würde lieber kurz ins Poké Center gehen wollen Okay, ich weiß nicht, hätten wir das fangen wollen? Nee, oder? Aus Legendary Schmutz, Digga Weg damit! Ich glaube, mein nächstes Pokémon nenne ich Denny Finstere Aura, okay Ich glaube, ich frage mal die Monte-Bande, ob die Bock haben auf Pummel-Party heute Abend Oha, das sind die stärksten aus ihrer Klasse, holy shit Die stärksten aus der 3-B, fuck, dude So, Kingler wird gegrillt Und nassknet auch Jo Wirklich, Freunde Also Super stabiler Fight, dude Vielen Dank Danke Oha, die sind einfach Liz und Lena Und es gibt diese TikTok-Girls, die Lisa und Lena heißen Und die sind auch Zwillinge Zufall Bro, Chad Ich weiß nicht, ob ihr TikTok und dieses Instagram-Reels euch schon mal beides angeguckt habt Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Instagram-Reels Das ist so ein neues Feature von Instagram, was wie TikTok ist Weitaus mehr Cringe noch ist, als auf TikTok Digga, bei TikTok ist es wirklich so, du scrollst so, das ist Cringe Cringe, Cringe Ein gutes, ein gutes Cringe, 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 Cringe Ein gutes Cringe, 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 Cringe Und bei fucking Instagram, dude Da war legit Alles unangenehm Da war nicht eine gute Sache dabei Weiß ich nicht, also Strange, irgendwie Ich habe einen TikTok mit über 150 Views Ich habe eins mit über 100.000 Ne, Bruder, das ist krass, wie man auf TikTok einfach Views bekommen kann Niklas hat auch irgendwie so 6 TikToks gemacht Und hat irgendwie so 100 Follower oder so Und hat einfach einen TikTok mit 21.000 Views Einfach so random, das wurde einfach vorgeschlagen Ist so ein Naruto So ein Naruto-TikTok war das Okay Chat meinte, ich soll nicht so viele Pokébälle kaufen Weil bald Superbälle kommen Und wir haben 11 Stück, also sollte es eigentlich passen Gut, ich glaube, wir können hier in eine neue Zone gehen Ja, das ist eine neue Route, Freunde So, dann joacken wir uns kurz noch hier die Beeren Die Mopsen wir uns fix Heute dürfen wir in unserer Challenge eigentlich auch Beeren verwenden Also dürften wir rein theoretisch einem Pokémon eine Beere geben Und das Pokémon heilt sich dann damit Zählt es dann als Trank verwendet oder nicht Eigentlich ja nicht, oder? Weil es ja kein aktives Item ist Okay, das Windkraftwerk, das ist eine neue Zone auf jeden Fall Das ist gut, oder? Elektrik ist, glaube ich, gut Okay, das wird aber wahrscheinlich dann Reese eintauschen Naja, kann sich aber nicht entwickeln Warum? Wie kriegt man die Entwicklung? Ich weiß nicht, wie sie heißt Okay, Freunde, Problem gelöst Scheiß drauf Du hast schon Raichu Ja, true, true, aber trotzdem Was haben wir gerade für ein Item kommen, Jungs? Ein Item zum Tragen erhöht bei Levelaufstieg den Initiative wert Senkt aber die Initiative allgemein Ist das gut zum Leveln? Hört sich gut an, irgendwie Initiative ist, welches Pokémon zuerst die Attacke macht, oder? Ich meine, das ist doch nice Also guck mal, angenommen, das senkt jetzt die Initiative um, sagen wir, fünf Punkte Und gibt aber bei jedem Level ab Ein Punkt mehr Initiative Dann machen wir das für fünf Level Und danach nehmen wir das weg Und dann hat das halt weitaus mehr Initiative als vorher Ist halt so ein Longtime-Ding Aber ist ganz nice eigentlich Senkt um die Hälfte sogar Okay, ja, nee, dann scheiß auf Okay, warte mal, warte mal Das hier ist aber auch eine neue Route Schaut, das hier ist Route 205 Und das hier ist Finster Windkraftwerk Das heißt, wir dürfen hier auch nochmal angeln Und können hier auch nochmal ein neues Pokémon bekommen Mach bei Barty, weil er eh langsam ist Okay Ich glaube, wir haben übrigens eine Wassertafel Die könnten wir Barty auch geben Ach du Scheiße Den brauchen wir nicht, oder? Der ist Jumbo-Schmutz Ist okay Ist es besser als Wieland? Oder Schwalboss? Oh, warte mal Das ist Pflanze, ne? Achso, nee, ich habe ja keinen Wasser-Pokémon Okay, ich würde sagen Wir fangen es erstmal Why not? Warte mal Ich gucke mir mal kurz die Entwicklung an Ich meinte, ich kann noch einen Ruck-Zuck-Heap machen Ohne, dass er stirbt Ach, das ist der Aber einen Blattstein zu bekommen Wird schwierig Jo, buddy, wenn du das nächste Mal verkackst Kannst du den Haken setzen Dadurch entwickeln sich Pokémon einfach übers Level Die eigentlich nur mit Tausch entwickelt werden können Oh Change in possible evolutions Boah, das ist nice Guter Tipp Danke, Revogate Okay, jetzt bitte kein Crit Okay Denny, spielst du gerade nebenbei auch eine Pokémon-Challenge? Nice Nice Ich spiele nochmal Let's go Evoli Okay, wir brauchen einen Namen für Blanas, Freunde Wen nennen wir ihn? Achso Ich weiß nicht, ob ich den jetzt Danny nennen möchte Weil es soll ein Useful-Pokémon sein, was Danny heißt Kannst du für uns Keks nochmal erklären, was für eine Schallange du machst? Pass auf Bro, schau kurz in den Chat, okay? Nass-Locke hier Da ist alles erklärt Also, ich darf alle Pokémon sind random Pro Kampf darf nur ein Item verwendet werden Außer der Gegner setzt auch eins ein Pro Route-Gebiet darf nur das erste Pokémon gefangen werden Geht dieses K.O. oder flieht? So gibt es keine zweite Chance Viertens Alle Pokémon müssen einen Splitsland bekommen Fünftens Geht ein eigenes Pokémon im Kampf K.O. So wird dieses als tot angesehen Alle Pokémon K.O. ist gleich Game Over, Neustart Wahrscheinlich dürfen jederzeit gefangen werden Das ist die Regel Unge Okay, wir haben Simon dann Hier ist Robin, Tanigel E-Sport, Goofy, Fabio, Glow Deluxe Und Mr. Schmauch Ich glaube, ein Sub für Only K Danke für die Superpowers Okay, warte mal Wir können auch ins Windkraftwerk gehen Konnte man Ah, nee, da gab es keine Pokémon, ne? Ich glaube, da gab es keine wilden Pokémon Yo Trash Yo, mein Gott Der bringt 600 EP Holy shit Das noch ein Level For the love of God and Shad Bitte bring Kripok Finster Aura bei Plus Stream Gebühr Holy shit For the love of God and Shad Bitte bring Kripok Finster Aura bei Einfach die 3 Euro, Bro Wer ist Kripok? Achso, du meinst Sami Kannst du Sami Finster Aura endlich erlernen? Das ist eine starke Attacke Die er eigentlich erst auf Level 49 bekommt Triggert Mhm Ich glaube, Sami könnte AG ein Late Game Pokémon werden Er wirkt ziemlich stark Wirklich Vor allem für so eine Challenge Ähm Ich muss eigentlich Ver... Oh, ich könnte Verfolgung wegmachen Konfu-Strahl ist halt ganz nice eigentlich Aber habe ich auch überlegt zu blowen Aber... Ne, wir machen Konfu-Strahl Verfolgung weg Ich glaube, es ist ja im Grunde dieselbe Attacke Nur schwächer Konfu-Strahl ist eigentlich useless Mhm Ja, passt schon, Digga Scheißloch Es ist von Ihnen abgeschlossen Ja, Moment Okay Wo mussten wir jetzt nochmal genau hin? Okay, wir gehen erstmal zurück Da wird sich wahrscheinlich schon einiges erklären Wir gehen nochmal kurz ins Poké-Center Ach, hoch in den Wald Kommt heute noch Beauty and the Nerds Beziehungsweise Wie ist der Plan heute, Peppilev? Äh Ich hatte heute noch mir vorgenommen Pokémon Speedruns zu machen Aber es kommt ein bisschen drauf an Ob diese Monte-Bande und so Ob die Bock haben auf Poolparty Äh, Monte schreibt gerade Habe ich Pokémon Speedruns gesagt? Sorry Mario Speedruns meine ich Also, ja Mein Plan ist eigentlich Heute noch Mario Speedruns zu machen Und ansonsten weiß ich nicht Vielleicht noch ein bisschen YouTube-Videos gucken oder so Mal schauen Irgendwie sowas Aber Beauty and the Nerds können wir heute nicht gucken Weil wir keine zensierte Version haben Äh, von der zweiten, von der zweiten Folge Die muss erst gemacht werden Die ist aber in the Making, Freunde Sascha Huber hat eine Million auf YouTube erreicht Ja, hab ich gesehen Sehr nice Bro, ich hab letztens schon drüber gesprochen Das ist voll krass So, ich hätte nie gedacht Dass ich auf irgendeiner Plattform Vielleicht mal nahe von einer Million komme Und auf Twitch hab ich einfach 800k jetzt, Bro Es ist insane Und selbst auf YouTube hab ich 400k Das ist wirklich krass Ich habe gehört Mein Rivale interessiert sich nicht mehr für mich So fühlt es sich an irrelevant zu werden Es tun weh, Sarge Bowser 3 Was geht ab, Bro? Danke für die 5 Euro Aber das Ding ist Ich kam eh nie auf einen Bowser 3 vorbei Deswegen scheiß drauf Smokey Stixson Sleepless Mind Razortainment Danke für die Zabs Bros Wait, what the fuck Wer ist er? Er sieht aus wie ein Legendary Pokémon Oh, ich sollte mal vorsichtshalber switchen Alter Ich hab keinen Bock, dass Reese hops geht Ist auch eins Bro, warum gibt es so viele Legendary Pokémon Das ist geisteskrank Hat sehr viel Leben Wird trotzdem gleich gebumst Du hast einfach nur alle 10 Sekunden eins Ist halt so Kef, 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 kef Oha, die hat auf 500 XP gedroppt Mega stark Ich möchte eine Beförderung zum etwas zehren Pokémon Trainer Cool, cool Can't remember asking Okay, Baba Jetzt haben wir eine Schlüssel Für das Für das Versteck von denen Wofür genau Schau dir das mal an Es geht um Moneyboy Und geht nur 3 Minuten Wofür genau Ist nochmal dieses Hohlich Ding Kann ich das hier an diesem Baum machen Weil dann könnte ich Ich glaub da kann man Einen Pokémon nochmal fangen, oder? Oder wie war das genau? Was muss ich jetzt machen? Warten? Dauert aber in 6 Stunden oder so Ah, okay Und was genau kommt denn da? Einfach ein random Pokémon? Warte mal, hier klauen wir uns wieder die Beere noch frech Neue Route, neues Glück Taubos wird ich wohl noch austauschen Verruda, danke für die 3 Euro, buddy Was ist das hier? Holy shit, dude Palkia nach Tara Raikun, Zapdos und Taubos und Kevin, du geile Sau, Marvin Du hast einen kleinen Not bad Not bad, dude Schau dir das mal an Es geht um Moneyboy Und es geht nur 3 Minuten Moneyboy TV Yo, du bist so arm Du kaufst deine Klamotten Beim See in Primark Und aus diesem Grund Schlag ich dich zu Brei, Mark Yo, du Streber mit Brille Kaufst deine Brillen bei Apollo Optik Ich spit die Rhymes so krass Da schiebt sogar Apollo Optik Wenn Moneyboy Bock auf eine Pizza hat Geht er einfach rein in so ein Pizza Hut Ich kauf mal Sneakers bei Louis oder Gucci Und du bei Hummer, Nick Ich bin in Beverly Hills in einem Luxusrestaurant Sagt zum Kellner Yo, bring mir einen Hummer, Nick Okay Ich sage, es ist ein Unterschied zwischen Zwei paar Schuhe und die Footlocker Ja? Ja? Hallo Du fucking Moneyboy, Alter Bring mir einen Hummer, Nick Dicker, so dumm Living Legend Ja, ist so Kevin, du geile Sau Marvin, du hast einen kleinen Tyrann oder ein für die 3 Euro Aber ich fiel wieder, Mann Ah, Freunde Ey, die Challenge Der Run Läuft insane gut Ich glaube Wir können es nicht mehr blowen Ich glaube Das ist der Try Wenn das ist der T-Shirt so oft Man könnte denken Du bist ein Keckleon Aber du bist einfach nur ein Keckleon King Das ist irgendeine Line von irgendwas, was man kennen sollte Ich heiße Leon Sedge Sorry, Bro Bro Bro, Danny, please Ist das 8 Meistgejusste Emote Weltweit gerade Digga, es ist so hoch Oh, Bro Reese ist vergiftet Ach du Scheiße Hier, warte mal Warte mal Warte mal Wir müssen aus dem Trainerfeld raus Und Und dann direkt zum Krankenhaus Okay, Level Up ist stark gerade Wegen mehr HP Warte, schnell ins Krankenhaus mit Rezmann Oha, Bro Er hat eigentlich krass Wir verloren Holy shit Pokémon können in der Version nicht durch Gift sterben Außerhalb vom Kampf Die sind bei 1 HP safe Ach, wie in Minecraft also Oha Du, Pokémon einfach von Minecraft geklaut WTF Warte mal Wir swappen mal, glaube ich, wieder Oha Reese ist schon hatte 17, dude Ja, wir sollten semi-level Ich glaube, auf Twitter und VLAN können wir erstmal einen shit Also einen scheiß geben Diesen erst mal komplett Wayne Okay, wir fighten mal gegen alles kurz Wir brauchen das Geld, Freunde Digga, Alter Ja, Bruder Hoffentlich fixst du mich wieder Das wäre mega nice Ach du Scheiße, Dinger Warte mal Grimasse ist Trash, oder? Ach so, warte mal Ich wollte die Unlicht-Attacke eigentlich mal ausprobieren Finstere Augen, wie sie hieß Boah, bitte mach jetzt nicht viel Schaden Boah, ist schon viel Damage Aber sollten wir eigentlich haben Okay, ja nice Ja, noch so ein Ding Und dann haben wir Bitte kein Crit Oh, du Okay, aber wir haben's Nice Semi-level 14 Bro, 500 XP ist saftig knaftig, Alter Das ist wirklich sehr nice Ja, wir switchen Wir switchen auf Camelot Jo, Jones Way, Ink Perry, Juice, Leo, Plotti Vielen Dank für die Subs, Bros Subcount is strong, Alter Wir sind bei 17.000 Okay, uns fehlen noch drei Subs Dann haben wir 17.600 Das Bild Vielleicht ist sogar 80k die Tage drin Sehr nice Nice Ich mag keine Kinder Die auch starke Trainer sind Cool Story, Bob Mir fällt grad auf Ich hätte vielleicht die Pokémon switchen sollen Oh ja Gut, ich sag mal Wenn Sammy stirbt Dann stirbt Sammy Dann kann man nichts machen Oh shit Simmel hat zwei Subs gegiftet Danke, Buddy Bro, irgendwie fehlt noch In unserem Team So ein richtig süßes Pokémon Finde ich So ein süßes Glumanda Oder so Oh wait Yo, Chad Ich suche ein nice Free-to-play-Game Was ich zocken kann Fortnite Na, Realtop, Bro Was ist mit einer Pokémon-Challenge? Ich meine Das ist for free Ich weiß nicht Ob das jetzt hier Das ist, was du suchst Aber Why not Was hat da grad so viel Schaden gemacht? Ich dachte nur Drache und fucking Eis ist effektiv Ach du Scheiße, Bro War ein Crit Ja, aber trotzdem Holy shit Boah, Bro Wirklich Also Kamelot dürfen wir nicht verlieren Dann ist RIP Oh mein Gott Perfekt gechanged Tschüss, tschüss, tschüss Zwei Wochen Boah, ich hole mich ganz kurz was zu trinken Ich bin gleich wieder da Dick, das ist nicht sein Ernst Er ist doch so 1 AP Ach so Ah, er hat doch eine B oder was Yo Okay Okay Damn son, where'd you find this? Welche Settings benutzt du für die New Locket Challenge? In meinem Zimmer riecht es ein bisschen auf Oma-Füßen Ein bisschen strange Boah, Alter No joke Mein Leben ist so viel besser geworden Dadurch, dass Cindy mir diese komische Teppichmatte da unter den Teppich gemacht hat Also ich weg mal Ey, das ist so geil Vorher war es immer so Wenn ich mit meinem Teppich so Mit meinem Stuhl so rumgeräupt bin auf dem Teppich Dann ist der Teppich so zusammengeknaut Und war am Ende so ein, so ein Bündel Was hier so Vor meinem Stuhl war Und ich konnte den Stuhl immer nicht so richtig nach vorne und hinten bewegen Weil der dann so stuck war da Digga, das war so abfuck, Alter Weil ja immer alle Werbung für ihre Hometown-Ripper machen Mach ich mal Werbung für meine Rocket League Montage Lulv Aber ist nicht zwingend Nur wenn du Bock hast Ach du Scheiße, Digga Das ist ein Moment so Ich hab mich nicht mehr gesehen, ich hab mich nicht mehr gesehen. Ich hab mich nicht mehr gesehen. Ich bin so cool. Das ist wirklich ganz gut gemacht. Es ist besser als die Rock-League-Montage von Kylo, sag ich mal. Passt mich schwöre. Es ist nicht so, wie man Obama. Das ist ziemlich satisfying zu gucken, finde ich. Actually not bad, dude. Wie sind die Steuern in Alabama? Oh boy, dude. Oh nee, dude. Solche Internation kriegt man, wenn man einmal in einem Sascha-Video ist, bro. Danke für die 3 Euro, bro. Ich freue mich schon auf den Moment, wo ein Pokemon Finale oder Explosion einsetzt. Ja, same, dude. Ah, danke für die 3, buddy. Und Sinadank für die 5, dude. Wahrscheinlich Dennis soll das heißen. Welche Settings benutzt du für die Nuzlocke-Challenge? Alle Pokemon sind randomized, alle Trainer-Pokemon sind randomized. Alle Unsharder-Pokemon sind randomized und alle Alten sind randomized. Wieso nennst du das Pokemon Sammy? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mein Mod Sammy hatte genau in dem Moment was geschrieben. Deswegen haben wir es so genannt. Blablabla, 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 blablabla. Freunde, wir kriegen jetzt unser Fahrrad. Let's go. Bro, Edgy haben wir hier beinahe verkackt. Muss man wirklich sagen. Sowohl Sammy als auch Camelot hätten hier Hops gehen können, Bro. Aber sind sie zum Glück nicht. Boah, das dauert noch. Ach so, ich dachte, das war ich. Ah, nee, das ist erst eine Stadt weiter, ne? Ah, true. Ah, ich hab's verwechselt. Nimm mal meinen. Okay. Bei Kritz musst du echt aufpassen. Ja, aber ich hätte nicht erwartet, dass das so ein Damage-Output sein kann. Alter Schwede. Spoink, wild. Damn, son. Where'd you find this? Actually nice, dass sie dir viel gefällt. Falls JMD im Chat den Link will, VLL ist Kevin ja so ehrenhaft und haut den Link im Chat. Bitte weiss mir live in den Chat, Jungs. Bro, ich liebe Sachen zu promoten for free. Hier ist die Compilation, die, ähm... Ähm, die Rocky League, äh, Montage, mein ich. Sachen for free zu promote ist mein Lieblingsding, actually. You can't ban us all? Doch, kann ich. Actually, actually kann ich das. Das ist sogar ziemlich einfach, ich muss einfach nur, äh, einfach nur das machen und dann seid ihr alle geteimed-outet. Das würde, glaub ich, sogar mit einem Button funktionieren. Ich müsste dann nur anstatt der Zeit einfach eine Null eintragen. Dann seid ihr für immer gebannt. Aber try it ruhig wegen mir. Okay, das ist kein neues Gebiet, aber wir schauen trotzdem mal, was hier gekommen wäre. Ja, moin. Der Coco war ja gut gewesen, ich glaub schon, oder? Geht? Okay. Gefickt. Oh, das ist einfach gut, ich glaube, das ist ein guter Geh-Drop. Nice. h er macht noch mal kurz und quick switch zurück pro alle tücke fliegt gerade mit seinem kopf weil sie er wollte gerade der tag und bruder fliegt zurück um mit mir zu feiten der wichser was so sorry war das auch ein legendarium ich mache gerade psychisch eine schwere zeit durch habe mir jetzt aber auf deine empfehlung professionelle hilfe geholt und hoffe es wird deine unterhaltung lenkt immer sehr ab danke danke kleiner als drei ich freue mich extrem sehr geil mach mal kein auge weil er dir seit vier jahre jeden monat geld rein luth aber kurs geht raus freut mich sehr bro aber es ist auch glaube ich wichtig dass selbst wenn man dann professionelle hilfe hat dass man auch selber was dafür macht also ich meine auch selber so abseits davon mit leuten reden aber das wird das würde die person da sagen sowieso also das ist nicht einfach hingehen und es passiert automatisch weiß ich meine du musst es glaube ich auch wollen so dumm wie es klingt aber ich wünsche trotzdem viel glück aber ich lass dir mal eine dorne da mach weiter so und bleib so wie du bist ich denke es war bei der entscheidung für finden bro ok wenn ich bin nicht mal sagt dachte aber ich lass einfach mal eine dorne da mach weiter so und bleib wie du bist wusstest du das retten und aber krückwärtsnatter und kobra heiß ja wusstest du das kim possible impossible und run stoppable unstoppable heißt also nicht ganz aber und rufus heißt ufus was keinen sinn macht du hast ein safari mal bekommen ja habe ich weiß nicht wo also ob das gut ist hör doch bitte auf pokémon zu suchten und v spiel arg mit mir ach egal so danke ich verzichte auf arg danke bro ach fuck ich wollte den outsmarten wanne in e pokémon auldee der sonnrag es kettet ftw fakte wat was buddy ich äh ich bin leicht verwirrt der über die fünf euro bro stabiler tucker bruder dicker finster oder ist ultra stark kann das sein was ist zami für ein pokémon keine ahnung ich muss sagen ich hatte das vorher auch nicht wo der wird xp bringen ich glaube der bringt richtig gut xp der siegt 600 diga je fetter ein pokémon ist desto mehr xp bringt meistens das beste leben warte mal wir sollen kurz zurückgehen und nochmal da rechts lang gehen ist auch im real life so wie wenn ich jemanden umbringe der dick ist dann krieg ich xp oder wie mhm mhm ok ok chat ja hört sich sehr sinnvoll an auf jeden fall wie viel xp bringst du dann ja bro wahrscheinlich normal viel xp weil ich einen normalen körper hab ok wir müssen wieder switchen sammy schon wieder ein bisschen zu op alter wir machen das echt gut mit dem leveln gerade vorhin ich bin wirklich stolz auf mich weil ich sonst mit sowas richtig schlecht bin ok ich würde sagen wir leveln mal wieder party ein bisschen ok ich würde sagen wir mal wieder kurz die bären freunde beeren saft oha vorne sind wir hier schon in der neuen zone oder sind wir immer noch in der wo wir schon waren immer noch in derselben oder immer noch in derselben oder aber das ist trotzdem trash was wir bekommen haben aber trotzdem war das ziemlich smart ab wann ist die region neu wenn ein anderer name oben stehen es geht also neuer name ist neues gebiet also da steht jetzt zum beispiel pimmelhöhle oder so und wir gehen dann eins tiefer dann steht immer noch pimmelhöhle da ist kein neues gebiet wenn dann aber penishöhle da stehen würde dann dürfen wir da was fangen ich hatte gerade keine bessere beispiele am start aber hier wie viel ex bringt dann rätsel bro geht es auch nicht dick bro geht es hat ein ultra freshes pick mir gestern geschickt hier ziehe ich das ein aber es ist ziemlich gut gegen bart hier hab ich da rocket league gehört kann ja schmutz sein wenn ich nicht vorgekommen den happer btw kevin hier 15 sekunden ins schädig der binne runde chicken burger aus ich höre kino du bist auch der einzige guy der videos linkt auf plattformen wo man normalerweise nur bilder linkt du hast also vor allem ist auch gefühlt der einzige guy der dieses der dieses puk ding hier spielt dieses mit dem puk dieses rottling ding uff saftig 3 können dir und ich gebe nur eine chicken burger aus wo ich habe lange kein chicken burger mehr gegessen ich habe gerade übelst bock auf mcflurry alter holy shit schön mit smarties drin alter ja schokolinsen tru die dürfen nicht mehr m&ms sagen weil die da kein deal mehr mit schokolinsen haben deswegen müssen die schokolinsen sagen aber die verkaufen immer noch die gleiche scheiße nur dass die jetzt nicht mehr bunten sondern alle braun oder ein hamburger hamburger auf die heutigen ereignisse die sind immer noch bunt aber die färben ab wegen dem eis aber die anderen sind nicht abgefärbt ne ich glaube die sind bei mir immer braun rap bei mcdonalds das beste ich glaube rap ist so mit salat das beste so vom gesundheitsfaktor was du bei meckes bekommen kannst aber auf der anderen seite bruder wer geht zu meckes um gesund zu essen so btf ist eis gegen wasser eigentlich gut ok nevermind damn son where did you find this sri kevin dass ich es nicht auf jiff uhr game linken kann meine clips wurden gelöscht hoffe die gehen pleite die pizjes naja aber nice dass du abcheckt und nun weitermachen xd komm schon gut ach und ich hatte nen mc flurry ach dicker ich wünschte ich hätte auch einen alter no joe mcflurry werf baba gerade wirklich man kann sagen du merkst was man möchte aber wie man ein gutes eis macht haben die verstanden alter das ist wirklich sehr lecker bestell dir doch kann man also bei mir kann man nicht oder weiß ich gar nicht ob man vom meckes bestellen kann kann man sich vom meckes das liefern lassen naja entscheidend geht es nicht bei mir funny dude ah das hier war ein kleines pokestetter ne ich glaube die alte halt nicht wer nach mcdonald's geht um sich einen salat zu kaufen geht auch zu einer prostituierten und holt sich eine umarmung ja ist so true na guck für die 3 euro bro ah jetzt kommt der ewig fall freunde ok warte mal bevor wir das machen holen wir uns mal kurz hier das item noch ah na moment können wir den hier fighten wollte der fighten mit uns ok hier war es so dass wir nur solo encounter ähm also nur solo encounter zählen bedeutet wir werden jetzt zwar gleich viele pokémon begegnen aber die dürfen noch nicht fangen ja wenn die eis maschine mal funktioniert dann ist es gut hab mir gestern nen pesa hoodie auf ebay kleine anzeigen gekauft und hab jetzt kein geld mehr oh bro weird champ alter wer resellt oha hier kann ein flamly droppen boah ein flamly wär wirklich richtig nice oder warte mal was ist die was sind die entwicklungen von flamly das ist die die ich denke gerade ah ja genau der geil die zeit vergeht zu schnell danke dass du für mich wie eine kinderserie bist oh danke hier noch ein kleiner wir der flex schönen sonntagabend an alle people danke trauen sogar kurz aufs auge bro ähm buddy holy shit folgt seit 2014 10 not bad danke bro krass ich wusste nicht dass du so lange dabei bist doch aber dank für die drei vielen dank man warum kein chess content mehr bro ey realtalk dasselbe hab ich mir heute vor dem stream auch gedacht hätte ich auch sehr bock drauf aber es gibt schon wieder so 10 sachen die ich gerne machen würde das ist ein bisschen das problem hier gerade aber vielleicht machen wir eine kleine chess session bevor wir anderen stuff machen schach gegen bassi wäre sehr nice weiß ich ob er bock hat so max ojj ewald raffi miem danke man das ding ist ich glaube ich glaube das basti nicht so bock hat erstens wegen dem hamburg ding und zweitens weil er gerade anderen shit macht aber ja vielleicht die tage oder so jungen quaxu ist auch nice quaxu fühle ich irgendwie ist ein gutes pokemon och deka bartys eingeschlafen deka oder mach doch jetzt nicht den komm quaxu mach jetzt mal das fertige ding moin moin meine aktive spritze jetzt heute noch die 10.000 papapuas abholen mit dem befehl papapuas ffff fresh wieder schauern und reingehauen berdi dank für die drei bro damn son where'd you find this tue ich folge dir eigentlich auch schon länger als zwei jahre Aber ich habe einen neuen Account gemacht damals, weil ich bei einem PUBG-Streamer-Perma gebannt wurde, Saj. But actually, Borgehutef ist. Danke für die drei Augen. Danke, Buddy. Gleithörnchen, Jumago, Berkelium. Danke für die Subs-Boys. Vielen, vielen Dank, Mann. Kussi auf Snoezi. Oder langsam ist Drachenwut nicht mehr so OP, oder? Wir one-shotten damit nicht mehr alles. Also ist immer noch eine gute Attack auf jeden Fall, aber... Ich bin auch teurer Zuschauer, follow seit drei Wochen, King. Gabriel, danke, Mann. Beste Mann. Two-shot ist trotzdem übergut. Ja. Ich glaube, wir müssen langsam ein bisschen leveln, ne? Weil ich wäre ganz gerne immer so fünf Level ahead von den Pokémon, gegen die wir fighten. Also vor der nächsten Arena müssen wir auf jeden Fall noch alle mindestens auf 20 oder so bringen. Vielleicht sogar Camelot auf Level 24 für die Entwicklung. Ich glaube, das wäre sehr nice, um ehrlich zu sein. Oh, Tafelwasser ist, glaube ich, ganz nice. Ah, nee, das ist einfach nur der Trank. Moment. Ich habe es verwechselt mit Wassertafel. Aber apropos Wassertafel, warte mal. Wir können Wassertafel Basti geben. Dann machen seine Wasser-Attacken mehr Damage. Weiß zwar nicht, wie viel mehr das macht, aber... Alter, wie viele Memes hat Sascha erfunden, Punkt, 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 Meme-Fabrik, der Typ. Wait, was... Wieso Memes? Was meinst du? Das Ding ist... Sascha erfindet die Memes nicht. Sascha geht einfach in die Streams rein, von Knossi, Monto und mir, und klaut sie einfach. Imagine, er spricht deinen Namen immer noch fast jedes Mal falsch aus. Es heißt... Niki-Nike. Niki-Nike. Niki-Nike, danke für die 10 Euro, du. Niki-Nike, danke für die 10, Bro. Vielen Dank, man. Not bad, Bro. Danke, buddy. Vielen Dank für den Superman. Freunde, werden die Eis-Attacken durch die Wassertafel auch stärker? Vermutlich nicht, oder? Nee, okay. Wait, das ist die Entwicklung von Schlup? What the fuck? Jo, Bro, kannst der, wo du jetzt bist gut LV erinnern, weil die Alte dich immer heilt. Niki-Stream, mach weiter so. Oh, Bro, kritisch. Maru, danke für die 5. Du, Nicer ist immer ein kritisches Wort bei Text-to-Speech, du. Vielleicht sollten wir das auf die... Auf die Blacklist machen. Oh, nee, ihr wisst, wie ich mache. Macht jetzt nicht den. Komm schon, Bruder. Oha, 700 XP. What the fuck? Alter, warte mal. Jemand hat gerade einen guten Call gemacht. Dadurch, dass wir die Alte dabei haben, die halten uns nach jedem Fight immer voll. Das ist quasi wie so ein mobiles Pokémon-Center. Könnten wir eigentlich kurz die Zeit nutzen, um hier mal gut reinzuleveln? Tja, denkt ihr, es ist smart, Wiedern und Twitter auch auf Level 20 zu bringen, oder scheißen wir auf die? Kannst du machen, ja. Sollten wir, oder? Wäre vernünftig. Kamelon levelt etwas schneller, weil er in der ersten Entwicklungsstufe ist. Ach, ist das so, wenn die sich dann einmal entwickeln, also eine Entwicklung levelt dann langsamer, oder wie? Dicker, ich wusste nicht mal, dass unterschiedliche Pokémon unterschiedlich viel XP für Level droben. Über MontanaBlack88, MontanaBlack88 streamt, Call of Schneedle, Mushywarfair und Pimmel sehr knuddelig. Auf eine weitere gute Runde Pokémon. Ja, nee, ich bin ab so verwirrt, du. MontanaBlack88 streamt, Call of Schneedle, Mushywarfair und Pimmel. Wann kommt die nächste Reaktion von Beauties and the Nerds? Wäre ziemlich fff-frech. Äh, am Dienstag. Lange, Bro, für die drei. Kapador, Bro, in so einem Wald. Als würdest du einfach so da rumchillen. Bro, der Kapador war Legendary, ne? Soweit ich weiß. Der war ziemlich OP. Bro. Ey, aber real-time, wenn ich den Kapador fangen kann, dann fange ich safe. Für Garados. Garados wird mega. Es war übertrieben, Aids zu leveln, aber... trotzdem sehr nice. Wer ist er? Fuckin' Marienkäfer. Die sind ein Guy, von dem ich euch erzählt hab, Freunde, wo ich immer so Pokémon-Challenges gucke auf YouTube. Der hat irgendwie so eine Pokémon-Edition. Ich glaub, Feuerrot oder so. nur mit Kapador durchgespielt. Ohne zu entwickeln. Tega. Bruder. Da musst du auch Drill haben. Und ohne Tränke. What the fuck, Alter. Oh, das ist die Entwicklung von... Dings, ne? Von Electric. Z-For-Me-Error. Call me Tico. Mein Name ist Ace. Spooky oder Spooky und non-sub-Ilias. Äh, wo die Subs Bros. Welche Edition ist das? Platin. Aber scuffed Platin. Also alles ist randomized. Boah, Bruder, das ist so geil zum Grinden hier. Das ist übelst nice. Vor allem, weil wir auch immer zwei Pokémon gleichzeitig fighten. Das ist super King-Shit. Guck mal, wie hart wir hier grinden können. Boom, 400 XP. What the fuck? Nicht zu krass leveln, sonst kannst du dort gleich nichts mehr fangen. Weil du sonst alles One-Hit ist. Ah, alles cool. Ich hab noch Wieland, meine Pokémon-Fangen-Bitch. Und Twitter. Die sind level 11. Die level ich nicht, denke ich. Ich will, glaube ich, nur alle anderen auf Level... Ha, vielleicht sollten wir mehr als 20 machen auf Safe-Chair. Was denkt ihr? Nicht, dass wir blowen. Weil wenn ihr irgendwas Starkes habt, dann... Zum Beispiel beim letzten Mal war es halt... Dialga, oder wie er hieß. Oder Palkia, glaube ich. Und hat uns dann komplett gebumst. Macht zwischen 22 und 25. Ja. Ich glaube, wir bringen kurz... Dings auf Level 24. Für das Level ab. Äh, für die Entwicklung, meine ich. Kamelot. Ist zwar ein bisschen Grind, aber scheiß drauf. Ich denke, das bringt so viel XP. Okay, holy shit. Dumo ist tot, Freunde. Traubenzucker, danke für den Tier-2-Sub, Bro. Und den Resub. Und Prime-Schnitzel, danke für den Sub. Oh, dude. Ich wünschte, ich hätte Megani, dude. So ein nices Pokémon. Gutta Landa, auch sehr gutes Pokémon. Aber Gutta Landa ist kein Start-Pokémon, oder? Also, es ist keine Entwicklung von einem Start-Pokémon. Oh, warte mal. Wir kriegen Sandgrab. Ist Sandgrab gut? Boah, es ist halt... Gegner laden für zwei bis fünf Runden in Sandhose. Das Ding ist halt, es ist halt eine... ...ne Sandattacke. Äh, Bodenattacke, meine ich. Ich überlege, ob ich es vielleicht für Rückkehr mache, dass wir noch eine andere Art haben. Oder Bodycheck vielleicht. Äh, Ed Sunsturm. Äh, Ed Sunsturm. So, Freunde, jetzt wird ordentlich einer weggegrindet hier. Tschüss. Digga, das bringt halt jedes Mal... Das sind halt jedes Mal easy 400 XP Profile, ne? Macht, bis Camelot sich entwickelt. Ja, ist der Plan, Bro. Vielleicht als PowerPoint-Erweiterung ein 12 Stunden oder 24 Stunden Sub. Du, sowas wäre übertrieben cool, aber das geht nicht. Also, das müsste ich halt dann manuell machen und ist halt übertrieben abfuck. Aber wenn das gehen würde, das wäre super sick. Ich fände es auch cool, wenn man sich für eine große PowerPoint-Zahl... ...eine Emote für immer holen könnte. Das wäre auch nice, aber das geht auch nicht. Digga, er wird nicht Level 20. Was ist los mit ihm? Boah, der Realtalk, hier sind auch gerade nur Schmutz-Pokémon. Okay, Bruderlander ist vielleicht ganz nice, wenn wir die bekommen würden. Äh, den bekommen würden. Nice. Okay, Boys, Level 20. Let's go, dude. Wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Was hältst du von Speichern auf Safe Basis? Äh, achso, du meinst, dass ich dann, wenn ich verkacke, von da weitermache? Nee, nee, nee. Also, ich könnte einfach so mal speichern jetzt, falls irgendwie PC abstürzt oder so. Aber wenn ich sterbe, fange ich neu an. 100%ig. Du sollst aufhören, Evo... 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 Mit seiner Fähigkeit absorbiert er die nur macht sich stärker. Ja, ja. Okay. Danke, Buddy. Okay. Danke, Buddy. Oh, da ist ein Pokémon. Och, Dega. Okay. Bro, wie viel Pokémon hier spawnen. Ist insane. Oh, ist Griffklau irgendwas Sinnvolles? Das hört sich relativ sinnvoll an. Ah, nee. Hört sich trash an. Aber können wir vielleicht... Boah, Bruder. Können wir vielleicht verkaufen oder so. Ey, also, mein Traumpokémon hier in diesem Wald, Freunde, wenn wir gleich durch sind und hier was fangen können, ist Flemly, glaube ich. Oder? Flemly ist mit Brutalanda vielleicht das Beste, was wir hier bekommen. Aber das Ding ist, Brutalanda ist, glaube ich, Drache, wenn mich nicht alles täuscht. Und Flemly ist Feuer. Und Feuer haben wir noch nicht. Drache halt schon. Aber eines der beiden wäre krass. Ändere doch den Platz von Drachenwut, damit es schneller geht. Geht das? Ich weiß nicht, ob das geht. Okay, Kamelort ist Level 21. Warte mal, kann man das einfach machen? Kann ich das einfach hier in so meinem Inventar machen? Oh, Leute, das wusste ich nicht. Danke, Mann. Boah, King. So smart. Einfach next level, dieser Mann. Oha, die haben richtig viele Pokémon. Holy shit. Bruder, diese andere Grind, Freunde. Easy XP, dude. Holy shit. Einfach A-Spam. Easy, dude. Hardest Challenge ever, 3-Head. Ah, Bro, die Challenge ist schon hart und die wird auch noch schwer. Aber ich will mich vorbereiten, dass ich jetzt nicht gleich verkacke. Und ich will halt jetzt auch nur ganz kurz für die Entwicklung gehen. Und man muss auch einfach sagen, dass wir mit Kamelort halt auch einfach Ultra-Luck hatten. Also, der ist halt übel strong am Anfang. Ich glaube allgemein, dass er ziemlich strong ist. Du bist wieder in dem neuen Video von unsympathisch. Ja, ist mir aufgefallen, Buddy. Wurde mir schon gesagt. Dank für die 3 Euro, Bro. Sorry, Alter. Was geht ab, Kumpel? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nicht fliegen, das ist ein Trainerfight. In 3 Zügen stirbt Kamelort, wenn ich nicht fucking Giratina kill. Okay, was ist ein Smarter Change, Freunde? Was ist ein Giratina für eine Art? Ist Giratina irgendwie... Hat der gerade irgendwas mit Wasser gemacht? Geist Drache. Tausch, dann ist der Effekt weg. Ah, Barty wegen Eis. Oh, true. True, true, true. Eis war ja gut gegen Drache, ne? Meintet ihr? Oh, bitte mach jetzt nicht viel Damage. Das dürfte eigentlich nicht so viel Damage machen. Mann, Dicker, warum geht der denn auch noch auf mich? Nice, nice Damage, Pussis. Okay, dann mach ich jetzt Pulverschnee auf Giratina, wa? Ne, äh, Frostboil auf Giratina. Mann, jetzt nervt mich, Alter. Dicker, Barty ist verwirrt und paralysiert. Oh, nein. Oh, nein. Okay, ich benutze einen Trank, oder? Oder switche ich nochmal? Wechsel Quaxu. Achso, Quaxu ist uns egal. Quaxu gehört uns nicht. Wenn Quaxu hops geht, ist Quaxu tot halt. Boah, Bro, der Fight ist fucking tough, ne? Das ist halt das Problem an der Challenge. Da kommt halt ein so'n Fight, der dich halt einfach auseinanderbumst. Okay, aber zum Glück macht das nicht so viel Damage. Und der ist bald down. Dann haben wir schon mal einen Pokémon weniger. Das ist super nice. Sehr open. Boah, Dicker. Fuck mich ab, Alter. Er hat sich selber gekippt mit Abgesang. Okay, Quaxu stimmt auch, aber scheiß drauf. Stabiler Attacke, Kumpel. Ha! Dude, easy. Boah, geil, Alter. Das war richtig saftig für XP. Und das Ding ist, wir sind ja immer noch mit der Alten unterwegs. Jetzt sind alle Pokémon wieder full life. Zu nice. Puh, aber trotzdem... Trotzdem ein bisschen Angst gehabt gerade vorne. Ich sag's euch so, wie es ist. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Verstellt das Drachenattacken? Drachenattacken? Freunde, die Frage ist, ihr meintet ja, dass Drachenwut immer fest Damage macht. Angenommen, ob ich ihm jetzt sowas, was das verstärkt, macht dann Drachenwut mehr Damage? Oder ist es immer noch gleich? Immer noch gleich, okay. Ja, dann macht es ja eigentlich gerade noch keinen Sinn, aber dann später halt. Trotzdem nice. Sehr nice. Wirklich, also gutes Item. Sorry, Jungs, das ist ein bisschen Abfuck, I guess. Aber wir müssen kurz Camelot auf Level 24 bringen. Gib Camelot noch die eine TM. Äh, welche TM meinst du, Bro? Damn, son, where'd you find this? Fange gerade eine Zocker-Challenge an und hab Paket als Starte bekommen, Paket-Chomp. Uff, not bad, Alter. Und du hast es Cavie genannt. Cool. Danke für die 5 Euro, Bro. Bro, Let's 4 schreibt immer so schnell die Emotes in den Chat, die man gerade in dem Moment schreiben muss, dass ich manchmal das Gefühl habe, Bro, dass er einfach legit keinen Delay hat und einfach irgendwo in diesem Zimmer sich befindet und irgendwo mit seinem fucking Android-Phone in der Ecke hockt und einfach irgendwie, weiß ich nicht, der Typ ist so schnell im Schreiben, das ist insane. Let's 4 hat Safe eine 0,1-Latenz. Ja, Bro, ich schwöre, er sitzt einfach im Twitch-Server drin. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären, man. Komm, dropp doch jetzt mal mehr XP. Er ist der Twitch-Server, ja, true. Komm, Bruder. Wir brauchen noch ein Level, Freunde. Wir haben es gleich. Wait, ganz kurz, wurde da gerade schon wieder abgesang? Dude, es wurde schon wieder abgesang eingesetzt? What the fuck? Okay, sollten wir aber schaffen, den 3 Zügen, oder? Ach, abgesang ist eine fucking Attacke von Quaxo? Was ein 31er, Dude, real talk. Yo, Humanos Traficos. Danke für fünf Sub gibt's, Bro. Diggis, paar bei den Chat, Jungs. Vielen Dank, man Broski. Danke, man. Diggis, paar bei den Chat, Jungs. Ach, Dude. Ich seh jetzt gerade die XP-Leiste nicht, aber ich glaube, wir sollten's gleich haben. Ja, wir haben's, let's go. Bro, nur damit du's mal weißt, Stab-Bonus bringt einen Damage-Bonus von plus 50%. Alle Attacken, die du mit deinem Pokémon einsetzt und denselben Typen haben wie das Pokémon selbst, bekommen den Bonus. Okay, also wenn mein Pokémon Drache ist und ich setz' ne Drachen-Attacke ein, dann macht die 50% mehr Damage, als die eigentlich machen sollte, oder wie? Abgesehen bei Drachenwut, weil Drachenwut ja fest ist. Okay. Step is same type, Attack-Bonus. Oh. Okay, Freunde, Kamelot entwickelt sich, Jungs. Hey. Oh, let's fucking go, dude. Nice. Hat der Bro noch ne Entwicklung? Oh, ja. Jetzt ist es Knacksel, dann kannst du zu Knackack werden. Nice. Aber warte mal, was für ein Level schon da? Oh, Level 48. Okay, das ist noch ein Stück. Okay, trotzdem sehr nice, Freunde. Sehr, 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 sehr nice. Gut. Baubar mäßig. Dann sind wir fertig mit dem Wald, Freunde. Und jetzt ist es wichtig, okay? Jetzt können wir hier ein Pokémon fangen und wir hoffen, dass es einfach, äh, ich hab vergessen, wie dieses Drachen-Pokémon hieß, dass wir das bekommen, oder Flamly. Oder irgendwas, was wir noch gar nicht hatten, was auch geil ist. Aber Flamly wäre mir persönlich am liebsten. Ja, Butalanda, genau. Komm. Bitte gib mir Flamly. Joa. Gut, also. Ist ein Tank? Ja, aber wir brauchen keinen Tank, glaube ich. Nee, wir killen den, glaube ich. Einfach nur, um getriggert zu werden, gucke ich mir jetzt noch an, was als nächstes gekommen wäre. Wetten, jetzt kommt Flamly. Megani wäre auch übertrieben nice gewesen. Schmoren der Hölle, Alter. Boah, Bruder, wir brauchen übel für XP, um Level abzukommen inzwischen. Holy shit. Alrighty, boys. Wau. Ist das eine neue Route hier? Ja, oder? Nein? Snitches. Das hätte niemand gemerkt, hätte die einfach alle Ja geschrieben. So, wir mobsen uns jetzt kurz hier nochmal die fucking Bären einfach, ohne zu fragen. Auch frech. Doch, ist eine neue. Shut up, chat. Guck doch auf die Karte. Ja, ich merke mir das nicht. Ich frage immer chat einfach bei solchen Sachen. Also, ist es eine neue oder nicht, Jungs? Ist immer noch 205. Jetzt noch real talk. Ist es eine neue oder nicht, weil das ist hier ein legendary Pokémon. Nein, ist dieselbe. Okay. Dann rasieren wir den Kollegen. Vor dem Ewigwald war auch schon Route 205. Und wir sind immer noch auf Route 205, glaube ich, oder? Wahrscheinlich. Ja, ach so. Ach so. Okay, wir kämpfen kurz gegen die Jungs. Auch wenn es ein bisschen lame ist. Aber wir brauchen Geld. Oha, Garados hat gut XP gemacht. Oh, shit. Bist du lost? Schau auf die Karte. Ja, nee. Scheiße. Ich vertraue meinem Chat da. Mein Chat würde mich niemals anlügen. Okay. Wow, der hat eigentlich ganz gut Cash gebracht. 500 ist ganz nice. Wir gehen mal kurz Poké-Center, Freunde. Wir brauchen unbedingt hier, wie heißt es? Api? Von Drachenwut. Auf 205 war ja schon. Bin ich auch der Meinung eigentlich. So, Freunde, dann würde ich sagen, ficken wir noch kurz die anderen zwei Angler da. Auf dem Steg. Quick and dirty. Und dann, ähm, gehen wir weiter. Oh mein Gott, es gibt richtige Programme dafür? Oh mein Gott, es gibt richtige Programme dafür? Ich bin... ... ... Lol. Dann kann man hier auswählen. Warte. Äh... Gold, Silver, Crystal. Hier, Platinum. Jetzt kann ich das hier eintragen. Ah, zu faul. Scheiße. Oh, Dicke, ich hab, ey, ich hab voll vergessen, ich hab voll vergessen, dass es ein Eis-Pokémon ist. Alter, aber der wird ja sterben, aber trotzdem. Oh, ist auch sogar ein Legendary-Eis? Oh mein Gott, du, das hätte ultra nach hinten losgehen können. Alter, ich möcht auf jeden Fall mein Pokémon wechseln. Oh, fuck, dude. Boah, Bruder, der hat übel viele Pokémon, what the fuck? Das war sogar vierfach, da du Drachen und Boden bist. Also Eis ist mein Todfeind, oder? Wenn mit einem Eis-Pokémon ist, direkt weg. Das ist eigentlich das Einzige, was mich so richtig bumsen kann, direkt. Boah, Junge, Imagine, es wäre einfach dann ein Volltreffer gewesen, oder so. Junge, Alter, ich wäre so tilt gewesen. LoL, was ein Zufall. Er hat einfach Dodo und Dodri bekommen, obwohl alles full randomized ist. Holy shit. Was sind die Odds dafür? 187 Prozent. Ah ja, okay. Normalerweise hat der nur Kaperdors. Oha, das ist ja voll OP gerade, der feilte ich im Vergleich. Okay, Baba, dann gehen wir mal vorsichtshalber kurz heilen, Alter. Holy fuck, Digga. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, Baba, dann gehen wir mal vorsichtshalber kurz heilen, Alter. Welcher Emulator heißt das? Tees Moomé heißt der. Level Sammy? Hm. Welches Level ist denn Sammy? Warte mal, wir schauen mal. Oh ja, Sammy ist nur Level 18. Ja, true. Sammy ist dafür, dass er relativ OP ist, eigentlich ziemlich low leveled. Ja. True. Machen wir kurz hier, oder? Oh, Pixi bringt glaube ich auch 4 XP, oder? Digga, jetzt ist Sammy eingeschlafen, Junge. Bruder. Er pann einfach weg. Was hast du gemacht? Mal in den Stream geguckt? Dude, what the fuck? Er pann einfach rein. Juckt ihn gar nicht. Ah, frech. Same. Shut up, Chad. Als würdet ihr meinen Stream so hassen. Freunde, apropos hassen, ich hole mir kurz was zu essen. Kranke Überleitung, holy shit. Danke. Und jetzt geht's mal. Ihr Medium. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, ich muss ja noch Edeltalk heute aufnehmen Da war ja was Also ich denke Elf Also macht sich kein Stress Und wegziehen Scheinbar verwandt, wo du für ready bist Also ich denke ab Elf, die ich da Also bereits aufnehmen Ich schreibe Bro Man macht Vor Fragezeichen Keine Leertasse Lösch dich Arschgeil, lass uns die anderen Fuckin' Angler hier noch, wo wir sind Yo, sorry Alter, er hat Celebi einfach direkt Yo, äh, Stange Oder Stange Not sure Reaps Handballer Handballer Levin Giroli Oder Giroli Und Fabi Danke für die Zabs Proz Fang den, ist ein Trainerfight Was soll ich machen? Ich will einfach sein Pokémon wegnehmen Und jetzt hat Monta einfach nur geschrieben Fick Vater Okay Fuck, Bro Ja, macht Team Rocket auch so Ja, aber Team Rocket sind gemein Und wir sind nett Weißt du, wie ich mein COD-Server sind down Er ist safe, Matt Ja, aber das geht wieder nix rein Oder so Alright, Boys Wir haben gut Cash gefarmt Gibt's hier in dem Scheiß Ach nee, jetzt kommt er Fang einfach den Trainer direkt Yo, ach so Bitte gib mir Meisterball 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 Ist okay Gehen wir mit, Freunde Okay, Freunde Wir schauen, was hier in dieser Route droppt An Pokémon Und dann sind wir erstmal fertig mit Pokémon für heute Wünschen Glück Ah, Tragosu ist Trash, oder? Ah, ist halt so mittelmäßig Aber können wir nicht gebrauchen Ich weiß nicht, ob ich's fangen sollte, oder nicht Denk an seine Mom Was ist mit seiner Mom, du? Fart of the Route Warte mal Das hier ist immer noch ewig now Bedeutet, das hier ist eine neue Route Bedeutet, wenn wir hier was fangen Dann ist es neu Der Schädel auf dem Kopf ist der Schädel seiner Mutter Oha Als ob wirklich Das ist echt traurig Komm, gib mir irgendwas Geiles Come on Ja Komm Ja Bummer, du Holy shit Es ist echt eines der schlechtesten Pokémon Die wir hätten hier bekommen können Deger, Alter Rechts ist noch eine Höhle Die dritte Entwicklung ist actually good, though Ah, scheiß auf Der ist echt so mad Kannst du keinem erzählen Der shit ist fucking rigged, Alter Ach, Mann Aber wenigstens Samy-Level ab Oh, ist Traumfresser eine gute Attacke? Warte mal Schaden an schlafenden Gegnern wird halb Anwender Gut geschrieben Oh, wenn ich ihn also einschläfe Und dann angreife Kriege ich die Hälfte des Damages Wieder quasi An Leben, oder wie? Ja, dann mache ich es gegen Konfu-Strahlen Dann mache ich erst Hypnose Und dann das Oder? Das ist das, was ich machen sollte Halt nur, wenn ein Gegner schläft Ja, aber wir haben hier eine Attacke Der die einschläfert So gesehen ist die Kombu ziemlich stark Komm, wir testen das direkt, okay Okay, pass auf Wir schläfern das scheiß Obwohl, nee, scheiß auf Wir bringen es einfach so Komm, löscht dich, Digga Wie, so, äh, wait, jetzt schlägt mein Pokémon Ja, Bruder, so haben wir nicht gewendet Jetzt macht er den, Alter WTF Das war jetzt nicht mein Plan, Bruder Oh, nur Reverse-Karte Ja, ja, ist so Er hat gesagt, nope Bruder, die Entwicklung von Camelot Sieht richtig nice aus, finde ich Ich freue mich schon auf die Darauf folgende Entwicklung Aber bis dahin ist noch ein bisschen Wer ist er denn, Alter? Er wird erstmal komplett gegrillt Tschüss Knackhack ist OP Ich hatte, glaube ich, so ein Meme gesehen Gestern oder so Auf Twitter oder so Das war so ein Pokémon-Meme Und ich weiß gerade nicht genau, wie die heißt Aber dieser Der Endboss quasi Der Champ in dieser In Platin Der hat, glaube ich, einen Knackrag Am Ende Cynthia, oder? Cynthia hat, glaube ich, einen Knackrag Also muss es ein relativ starkes Pokémon sein, ich guess Auf jeden Fall sehr nice Na, wie dann unsere VM-Bitch, Alter Nice Achso, nee, Sammy schläft ja noch, der Pimmel Wer ist er? Was ist das für ein Pokémon? Ist es eine Entwicklung von Rihorn? Yo, Dicker, ihr macht mit so zurückziehen und so Sorry, Alter Starke Damage tut Gefällt mir Wie spielt man einen Nasslock? Man macht es einfach Also Also Wie soll ich sagen? Hä, man fängt einfach an, Bro Du meinst, wie man dieses Random-Ding hinbekommt? Dafür habe ich ein extra Programm Aber die Challenges sind ja einfach nur Regeln, die du dir selber setzt Also Du kannst zum Beispiel auch eine Nasslock spielen, ohne dass es random ist alles Also Dann darfst du halt nur Ein Item verwenden Pro Route darf nur das erste Pokémon gefangen werden Wenn das K.O. geht, ist RIP Alle Pokémon müssen den Spitznamen bekommen Geht ein Pokémon im Kampf K.O., so wird dieses als Tod angesehen Alle Pokémon K.O. ist gleich Game Over Und Scheinigs dürfen gefangen werden Das ist alles genauso wie bei meiner Challenge, nur dass es random ist Äh, nicht random ist Könntest du auch machen Ähm Bro, Shady, Handic, Vlaze, Gefatter und Tipsy haben alle neue Subs gedroppt Danke, Mann Und Zobel und Bernhard Danke für eure Resubs Vielen Dank, Mann Felsgrab, das glaub ich Warte mal Felsgrab hatte Archeoist, ne Ich weiß nicht, ob die Attacke gut ist, zu mir oder was Ist nice? Ah, ok, nice Gib mir mal was geiles, gib mir mal was geiles Gib mir mal was geiles Komm, 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 komm Oh, wisst ihr was? Wir machen auf Save rum wir noch Pokébälle Falls ein Legendary ist, gehen wir all in Bitte sag mir jetzt nicht die wilden Fighten Oh, das ist Cynthia Oh, jetzt haben wir jetzt den Schneider bekommen Nice Naja, hau ab Mit der Schneider zur Geisterwiller im Wald Ähm Wir Wir können noch nicht Wir brauchen, glaub ich, erst die Arena dafür Moin Kevin, ich wollte nur wissen Ob du die Watchtime von meinem alten ACC gucken kannst Würde mich interessieren Weil ich die eigentlich schon seit Dexco-Zeit Von Revi Itze und so voller Name Milka ist aus Kakaomegalul Äh, Milka, danke für die 3, Bro Ich kann nur sehen, wann du folgst oder so Aber halt nicht, wie lange du guckst Glaube ich jedenfalls Danke, Bro, für die 3, Body Oha, warum haben wir so viel Cash Soll ich alle holen? Dicke, wir sind übelreich What the fuck Ähm, ich wusste nicht, dass wir so viel Geld haben Ja, ich glaube, ich hole 25 Also, dass ich 25 habe insgesamt Vorsichtshalber, Jungs Okay, falls da jetzt irgendwas krasses kommt Ich weiß, es ist ein bisschen wasted Aber ihr dürft nicht vergessen Wir können halt immer nur das erste Pokémon fangen Und jetzt angenommen, da kommt jetzt ein Legendary Dann möchte ich alle 25 Bälle haben Iphimi, Vorsichtshalber Ich habe gerade schon gehealt im Pokécenter, Jungs Warte auf Superball Ne, Mann Scheiß doch, Rainer Komm, gönn Mann, Dicke, es ist so ein Joke Alter, nee Mann, fuck Ja, komm, jagd weg das Ding, Alter So ein Jumbo-Schmutz Bitte fang alle Pokémon, die du siehst Du hast leider fast keine Ahnung, welche gut sind und welchen nicht Und es ist immer gut, viele Pokémon als Backup zu haben, falls eins von dir stirbt Ja Aber das wird nicht sterben einfach Ich lasse es einfach nicht sterben und gut Und ich will jetzt halt nicht so mittelmäßige Pokémon mitnehmen, I don't know Ne, ich fühle schon, was du sagst, Bro Ich habe ein paar auf Backup, so Aber sowas wie Dolo oder Zubat, Alter, muss ich jetzt nicht unbedingt fangen, weißt du Davon haben wir auch nichts Ach, der Wichser schon wieder Nicht schon wieder, Digger Ich will gucken, was es hier noch so gibt Einfach, um mich selber zu triggern Oh Gott, nee, was ist jetzt schon wieder passiert Ach, nein Können wir diese Dinger hier verschieben? Ach, nee Ach, bitter, Freunde Gibt es noch irgendeine Route, wo wir hinkennen gerade? Ich überlege gerade, können wir irgendwie nach oben oder nach unten? Nach oben können wir noch nicht, wegen dem Zerschneider und nach unten vielleicht Können wir hier durch? Ach, die Snitch, Digger Weil ich noch kein Fahrrad habe Sorry, Digger Ach, warte mal, da gab es EP-Teiler bei dem, ne? War das so? Stimmt, stimmt, guter Call Ah, nee, in der Stadt habe ich schon gemacht, Buddy Wie war denn das? Man musste irgendwie eine bestimmte Anzahl an Pokémon gesehen haben oder so, ne? Um EP-Teiler zu bekommen Ich glaube, so, irgendwie so war das EP-Teiler in Nasslock ist Cheat Nee, den meinen nicht Ich darf Wollen wir die Arena noch machen, Freunde? Nee, komm, scheiß auf Lass uns doch lieber was anderes machen Wir heilen noch kurz Dann speichern wir Und dann sind wir fertig für heute Ich würde lieber noch ein bisschen was anderes machen heute Und ich habe nur bis so 22.30 Uhr oder so Mach die Arena noch Nee, machen wir beim nächsten Mal vorne Machen wir beim nächsten Mal Aber, Bro, wir haben ultra viel geschafft heute Wir haben, guck mal, wir haben Barty bekommen Der eigentlich Basti heißen sollte Aber ich habe einen Tippfehler gehabt Dann haben wir unser Camelot entwickelt, Bro Wir haben Raichu weitergelevelt Wir haben Sammy gefunden Okay Und wir haben Wieland gefunden Der unsere VM-Bitch ist Also so gesehen, Bro Ist in Ordnung Why not? 3, 2, 3, 2, 3, 3, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 13, 13, 14, 15, 15, 14, 16, 15, 16, 14, 15, 20, 14, 14, 15, 15, 20, 15, 25, 16, 15, 16, 20, 15, 26, 16, 16, 18, 20, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 20, 17, 16, 17, 0. 15, 21, 17, 18, 19, 21, 19, 20, 18. 20, 21, 18, 21, 22, 17, 19. 19, 18, 24, 20, 20, 20, 21.